hallo wie geht es euch menschen der gepflegten abendunterhaltung ich bin es wie momo ich hoffe ihr habt mich wieder erkannt war schon so lange nicht mehr hier war gestern irgendwas nein alles gut ja im moment erst mal eben meine letzten zwei meine letzte seit stange das ist eine sehr gute frage sie liegt hinten auf dem sofa weil ich habe dann heute doch spontan mich dazu entschlossen meine meine hier meine haare durchfetten zu beenden weil es waren sechs tage und ich konnte einfach nicht mehr die farbe sieht so doof aus wenn sie nicht gewaschen ist und ja mit dem beispiel krass wir kommen die ich glaube die passt ihm nicht da müsste ich eine von den anderen holen ich glaube ich habe noch die die kurzhaar perücke die braune ich habe gehört wir kriegen bald für alles immer neue visuals muss leider noch mit meinem alten visual leben aber ich kann mal eben ganz kurz zusammenfassen wo wir das letzte mal stehen geblieben sind und zwar haben wir den fall des schauspielers will powers übernommen der angeblich seinen poster und eigentlichen rivalen keine ahnung wie der heißt mit einem stochen haben soll und ja das könnte durchaus interessant werden dementsprechend aber jetzt erst mal die musik aus da musik an darüber ich gehe wieder hierhin ich glaube das ist von der lautstärke für euch angenehmer so wir machen das fenster weg erstmal hallo ragnol wie geht es dir überhaupt so allgemein und hier noch aus dem studium modus raus ach so wir haben nebenbei gerade als ich hier vorbereitet habe mit folgen bekommen er danke für den folgen es war glaube ich nur zu vernecken oder umgekehrt dankeschön auf jeden fall so geben back und sehen dieses wunderschöne weibliche wesen das naja ihr wisst schon große argumente hat war schön glücklicher ich muss dazu sagen ich habe halt einfach immer noch wochenende ich bin aus meinem wochenende noch nicht raus wir können mit ihr sicher trocken aber das haben wir schon getan ok ja gehen wir doch mal zum main gate ach guck mal die alte schachtel ist wieder da was ist los grünschnabel ach sie hat die ganze zeit den kleinen jungen ne und so ne verfolgt wenn wenn ich ihn kriege werde ich ok klingt wohl so als wenn sie kein glück gehabt hätte ihn zu fangen ich habe habe ihr jetzt ein äh eine geisel grünschnabel eine geisel ähm was ist mit dem jungen passiert wenn ich ihn wieder sehe dann lege ich ihn flach was für eine ich sollte mir jetzt schon mal translate aufmachen was für eine gewalttätige alte dame eigentlich habe ich mich jetzt gerade noch mit dem mit dem regisseur getroffen hä mein herz ich fühle mich nicht so gut ob sie wohl gut geht bevor ich gehe möchte ich gerne den den platz besuchen wo der arme hammer gestorben ist richtig sie sagte dass sie das studio besuchen wollte wo er gestorben ist die schachtel will den jungen flach legen ja i lay him flat ist ich dann lege ich ihn also ne das kann man sicher auch eleganter übersetzen wenn man englisch kann ich kann das nicht was ist mit dieser geisel als der junge weggerannt ist hat er das fallen lassen und es gerannt er wird zurückkommen nur dafür es ist schon sie ist schon sehr schwer zu verstehen mit ihrem ganzen mit ihrem in ganzen schweren ein und außer hat man phoenix diese geisel ist schlecht genau das was wir brauchen die redet vielleicht mit uns wenn wir ihm das hier geben gute idee das alte schachtel dürfte ich vielleicht nein ich fange ich fange den satans braten wenn es das letzte ist was ich auf die ee was ich in meinem leben tue phoenix hast du nicht vielleicht irgendwas was du vielleicht mit ihr tauschen möchtest ein tauschen ich frage mich ich frage mich was fragen wir uns denn ich frage mich ich frage mich Wink, 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 wink. Was ist mit dem Himeko-Account? Wink, wink. Oder ist der auch geout-eat? Aber du kannst auch über die Bagger-Kloch schreiben. Wir wissen ja, dass du es bist. Ajo. Manchmal. Manchmal liebe ich mich dafür, ich zu sein. Aber nur manchmal. Dann hat Chris nicht gedacht. Was wäre ich ohne dich, Momo? Ein momoloser Chris. Wir müssen Himeko-Account wahrscheinlich nur erstmal einen Sub schenken. Aber das kriegen wir hin. Richtig, die Schlüsselkarte zu Studio 1. Ich könnte den armen Hämmer... Den armen Hämmer... Ich würde gerne besuchen, wo er gestorben... Ich war... Ich war... Sein... Fan. Haben sie denn nicht deine eigene Karte, Miss Oldbeck? Studio 1 ist nicht mein Rasen. Hä? Oh. Hm, nun. Würden sie es mir leihen? Würden sie es mir denn dann bitte leihen? Wenn ich ihr... Wenn ich ihr jetzt diese... Diese Schlüsselkarte gebe, werde ich nicht nur dazu in der Lage sein, nach Studio 1 zu gelangen. Warum leistet sie ihr nicht, Phoenix? Ich glaube, das kann nicht wehtun. Hier, nehmen sie sie, Miss Oldbeck. Hören wir mal ganz... Hören wir mal zu, Söhnchen. Ich hasse es nicht, Schulden bei einem Grünschnabel zu haben. Ist das eigentlich in mir, dass ich keinen Ton habe? Oder ist... Ah, ich habe die SEs auch ausgemacht. Ich war schon am überlegen, ob ich irgendwie doof bin. Ah, ich höre wieder was. Du kannst dann das hier haben und dann... Du nimmst das hier und dann sind wir quit. Deal? Was ist das? Steel Samurai Trading Cards? Das komische Kind hat sie fallen lassen. Ich gehe mal davon aus, dass sie sehr wichtig für ihn sind. Danke, die kann ich vielleicht benutzen. Das muss wohl die Geisel sein, von der sie sprach. Right. Richtig, ich bin weg. Und da geht sie hin. Hüpfend in Richtung Studio 1. Hört ihr dieses Vögelchen? Hey. Hey du, warte eine Sekunde. Phoenix? War das der Junge? Ja, sein Name ist Cody Hackens. Ich glaube, er ist in den Umkleiderraum gelaufen. Dead End. 18. Oktober, Global Studios. Umkleiderraum. Er muss irgendwo hier drin sein. Gefunden. Verdammt. Er versucht, er abzuhauen. Komm zurück. Ja, er ist zurück. Wie hat sie... Hey du, würdest du dir was ausmachen, uns zu helfen? Bitte? Ich bin Cody. Hallo Cody, ich bin Mia. Mia, Faye. Schön, dich kennenzulernen. Yo. Und ich bin Phoenix Wright. Wer hat gefragt... Phoenix, kannst du das von hier aus übernehmen? Ich bin nicht so sicher, ob ich dafür qualifiziert bin. Der Steel Samurai ist so cool. Ich denke, dass er voll die Bombe ist. Was würde so ein lahmen Arsch wie du über den Steel Samurai wissen? Hey, pass auf deinen Ausdruck auf. Phoenix, du solltest... Hallo Himeko-San. Ach, Phoenix, du solltest wirklich nicht so rumschimpfen. Er ist doch nur ein Kind. Ja. Schimpf nicht so mit mir. Ich bin... Oder schrei mich nicht so an. Ich bin nur ein Kind. Also, weißt du irgendwas von dem, was hier passiert ist? Könntest du es mir vielleicht sagen? Ich weiß einfach gar nichts. Hm. Sieht wohl so aus, als wenn eine kleine Bestechung notwendig wäre. Take this. Cody. Sehen die irgendwie bekannt aus? Hey, meine Ultra-Ware. You are... Hä? Achso, er hat you are gesagt. Okay. You are... Verstehst du? Ultra-Ware. Diese Karten sind wirklich schwer zu bekommen. Ah, verdammt. Für einen Erwachsenen bist du aber schon ziemlich dumm. Ich gebe dir die, wenn du mir hilfst. Aber es sind meine Karten. Dankeschön, Ragnu, für den geschenkten Zap an unsere liebeswerte Prinzessin. Und hallo, Möp. Meine Salzstangen haben sich nebenbei vervierfacht. Äh, verdoppelt, meine ich. Wir sind in der Mitte durchgebrochen. Ich hoffe, dir geht's gut. Oh, das ist meine... Das ist meine Karte. Mir etwas, äh, mir etwas anzubieten, dass ich, äh, 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 was mir schon gehört. Das ist schon fast... Oh. Wow. Wow. Kind. Kiddo. Oh. Oh. Das ist schon, äh, schon fast so, als wenn, äh, wenn du, äh, die, äh, die Basis unserer, äh, unserer, ähm, unserer Verbrauchsgesellschaft, äh, ähm, meiden würdest. Namentlich das Prinzip ezip des fairen Handels. Mann, für einen Erwachsenen bist du aber sehr dumm. Und was, äh, was bringen sie diesen Kindern denn mittlerweile in der Schule bei? Quantenphysik? Was auch immer. Ich brauche diese Karte nicht. Hä? Die habe ich doppelt. Verhalte sie ruhig. Das ist deine. Äh, äh, was? Nach all dem, was ich getan habe? Der nach all dem Ärger durchsichtig gegangen bin? Wenn du wirklich handeln möchtest, such mir eine wirklich, wirklich seltene Karte. Wirklich selten. Meinst du etwas mehr Selteneres als ultra selten? Ultra-Rare-Premium-Cards sind bei weitem seltener als diese ganz normalen, äh, äh, als diese ganz normalen Ultra-Rare-Cards. Ach, come on. Mann, für einen Erwachsenen bist du aber schon ziemlich dumm. Premium-Rare. Warum glaube ich denn, dass wir über, über Steaks reden? Okay. Das bringt uns also gerade nicht weiter. Und die alte Schacht, ach ja, stimmt. Hm. Oh, hallo. Was bringt dich denn hierher? Und nun? Ich muss da einige Sachen arrangieren. Ähm, ja. Ähm, das Mädchen, was mit dir ist, sie sieht ein bisschen anders aus, oder? Wie, ist sie eigentlich überhaupt noch dieselbe Person, wie vorher? Ähm, nein. Sie ist so wie immer. So wie immer. Okay. Was immer du sagst. Ähm, hast du eigentlich den, äh, den Jungen nochmal gesehen? Nein. Du hast das natürlich, ihr habt das natürlich verpasst. Die Security-Lady hat ihn über den, äh, über den, äh, ganzen, äh, Hof gejagt. Und ich dachte fast, dass sie, äh, dass sie kollabieren würde. Natürlich ist sie am Ende weggekommen. Äh, Junge, war die sauer. Eigentlich haben wir es gesehen. Was macht die alte Schachtel jetzt? Ach, sie hat sich ein paar, äh, äh, ein paar Donuts reingeschmissen drüben auf der, äh, an der Gartstation. Ach, einige Leute nehmen ihren, äh, Job wirklich zu, genau. Sind alle Poster an der Wand hier von Hammer? Ja. Er ist wirklich, äh, 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 ein, äh, ein sehr großer, schrecklicher Verlust fürs Studio. Aber seine Popularität war doch, äh, zurückgegangen oder nicht? Das ist wahr. Und dann, äh, natürlich, nach dem, was da passiert ist. Äh, nach dem, was passiert ist. Ähm, sie, du meinst, du weißt nichts über Hammer? Oder sie meinen, sie wissen nichts über Hammer? Nein, nein, was denn? Oh, es tut mir leid. Ich hätte einfach nichts sagen sollen. Warte, jetzt müssen sie mir sagen, was ist mit Hammer passiert? Es, es tut mir leid. Ähm, ich bin vielleicht nicht diejenige, die ihnen das sagen sollte. Oh, oh, warum, denke ich, habe ich so das dumpfe Gefühl, dass hier irgendetwas vertuscht werden soll? Okay. Wir sind, äh, 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 weißt du irgendwas hier rüber? Oh mein Gott, das sind Stilsamerei, äh, Sammelkarten. Ich sammle diese sogar. Ich bin eine Karte weg von einem kompletten Set. Ein komplettes Set. Ja. Ein Set von, äh, von einer, von jeder, von jeder Karte. Äh, aha. Warte, 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 warte. Das ist es. Das ist die Karte, die ich brauche. Oh, ich habe so lange danach geguckt. Äh, äh, so lange danach geguckt. Oh, sie können sich gar nicht vorstellen, wie lange ich danach geguckt habe. Ähm. Ich weiß nicht, was, äh, was sie glauben, was für eine Art von Mädchen ich bin, aber ich brauche diese Karte. Bitte. Ich flehe sie an. Bitte, tauschen sie mit mir. Mit dir tauschen. Ja. Karten tauschen. Sie. Ich, äh, tausche sogar eine Ultraware Premium Karte mit ihnen. Tauschen mit. Ah. Ja. Das ist, äh, ein guter, äh, guter Deal für eine, äh, für eine normale Ultraware. Bitte. Phoenix. Kannst du nicht, äh, äh, sehen, wie verzweifelt sie ist? Warum wird hier eigentlich, äh, ne, was ist der Grund, warum hier alle so total aufgedreht sind? Wir, 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 wir tauschen. Wirklich? Danke. Dann ist das hier für dich. Juhu. Und da geht sie weg. Macht, äh, äh, ne, fühlt sich nicht großartig, äh, äh, an. Gute G-Dinge zu tun? Ja, ja, fühlt sich schon. Okay, wir haben jetzt also unsere Ultraware Premium Karte. Ah, wenn sie das nur ein bisschen schneller gemacht hätten. Siehst du diese Karte? Ja, so, warte, das, das ist es. Das ist die, äh, äh, letzte Ultraware Premium Karte, die ich noch brauche. Komm on. Gib sie mir, bitte. Du musst, äh, 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 du musst sie mir geben. Ähm, wow, so engagiert habe ich ihn ja schon lange nicht mehr gesehen. Äh, äh, jaja, okay. Wie wäre es mit einem Handel? Alles klar, machen wir. Ich gebe dir den Samurai-Schwimm-, äh, äh, Speer und werfe einen bösen Magistraten mit ins Boot. Nein, 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 nein. Nicht diese, äh, nicht diese Art von, von Handel. Ich möchte keine Karten, ich möchte Informationen, hä? Bist du sicher? Na, muss mir noch recht sein. Okay, Phoenix. Lass mal hören, was, äh, was er zu sagen hat. Wenn er irgendetwas weiß, was uns helfen könnte, können wir ihn dann vielleicht, äh, morgen in den Zeugenstand rufen lassen. Also, du magst einen Steel-Samurai? Er ist so cool. Äh, äh, glaube ich. Du, äh, beurteilst ihn nur nach dem Aussehen. Du, äh, musst dir seine Aktionen angucken. Sein Leben. Bekomme ich hier gerade eine Lebenslektion von einem Grundschüler? Du magst ihn doch auch, oder nicht? Äh, äh, Omi, ja. Äh, ich liebe den Steel-Samurai. Erzähl mir, was ist... Äh, 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 meine, deine Lieblingssache über den Steel-Samurai. Ähm... Ich sag jetzt Fighting-Stills. Ich muss mir irgendetwas ausdenken. Ich mag es, wenn er seine, seine, äh, äh, Feinde zerschmiert. Ja, Wissam! Der Steel-Samurai gewinnt, äh, gewinnt immer. Immer! Hier, guck dir das mal an. Das ist mein Fanalbum. Was zum... Oh, das sind alles Bilder vom Steel-Samurai. Ich habe jede Live-Performance gesehen. Ah, diese komischen, ähm, öffentlichen Stunts, wo sie sich gegenseitig zu Brei schlagen. Ich nehme immer ein Bild, äh, Bild auf, wenn der Steel-Samurai seinen letzten Hit landet. Wissam! Ich habe sie alle. Ich habe nicht eine verpasst. Die perfekte Kollektion. Guck dir mal meine neue Digitalkamera an. Oh, wow. Die ist sehr, äh, äh, ne? Die ist schon sehr beeindruckend. Das neueste Modell, nicht wahr? Davon kannst du von ausgehen, Lady. Ich habe sie nur... Ich habe sie gerade zu meinem Geburtstag bekommen. Mein Album hat sogar einen Namen. Möchtest du ihn hören? Der Steel-Samurai. Weg zum Sieg. Der Steel-Samurai gewinnt. Immer. Immer. Hey, wenn du das haben willst, kann... Äh, ne... Wenn du das haben möchtest, kannst du es haben, Lady. Oh, wirklich? Bist du sicher? Ja, ich habe diese mit der Digitalkamera aufgenommen. Ich habe alle Daten nochmal zu Hause, also kann ich nochmal welche machen. Ah, dann wäre ich nicht nur zu glücklich, diese anzunehmen. Danke dir. Ähm, Path to Glory beinhaltet Fotos von jeder Siegesszene in jedem Kampf, den der Steel-Samurai gewonnen hat. Was ist das mit den ganzen Leuten, die Mia laufend Sachen schenken? Was ist das für ein Leben? Na? Äh, du warst hier an dem Tag des Unfalls, richtig? Ja. Hast du irgendetwas Ungewöhnliches gesehen? Cody? Cody, er muss das wissen, weil er für Gerechtigkeit kämpft. Äh, ne? Ist das nicht das, äh, 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 das Motto des Steel-Samurais? Für große Gerechtigkeit? Du musst uns helfen, auch für große Gerechtigkeit zu kämpfen. Ich, ich habe es gesehen. Ich habe alles gesehen. Gut, ähm, äh, gut. Vielleicht kriegen wir jetzt einige hilfreiche Informationen aus ihm raus. Cody? Ich muss dich etwas ganz Wichtiges fragen. Was hast du am Tag des Unfalls gesehen? Ich bin am Tag, äh, äh, ich bin, bin ungefähr um 2 Uhr hier gewesen. Ich musste aus, äh, aus dem Wald da hinten kommen, sodass die alte, äh, die alte Lady mich nicht sieht. Ich, ähm, naja, bin ein bisschen verloren gegangen, wenn ich ehrlich bin. Äh, ich war da drin vielleicht so für eine halbe Stunde. Dann bin ich endlich zum Studio gekommen. Und danach? Was ist denn, ähm, was war es denn, Cody? Der Sea Samurai hat den bösen Mann umgebracht. Er hat seinen Samurai-Sperr, äh, äh, benutzt. So wie, äh, immer. Ein, äh, ein Schuss und, äh, und ein Kill. Es passierte alles so schnell. Ich war verängstigt. Danach bin ich nach Hause gegangen. Ich verstehe. Hm, das muss hart für dich gewesen sein. Äh, Mann, du sagst die ganze Zeit diese netten Dinge, aber, äh, eigentlich meinst du sie, äh, äh, eigentlich spricht sie gar nicht von deinem Herzen aus. Ähm, richtig, Mia. Ja. Ja. Ähm, ich glaube, wir können sicher sagen, dass das bedeutet, dass der Sea Samurai es getan hat. Wahr genug. Der Direktor hat ein Alibi, also war er es nicht. Das ist wahr. So. Also ist die einzige Person, die noch übrig bleibt, äh, bleibt Will Powers. Ach, ich muss das jetzt schon zugeben. Das ist schon etwas schockierend. Aber, äh, 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 wenn du den Jungen in den Zeugenstand rufen wirst, wird dein Fall auf jeden Fall, äh, wird dein Klient auf jeden Fall schuldig gesprochen werden. Wir sollten ihn nicht hineinrufen. Ja, das wäre, glaube ich, äh, sehr intelligent, äh, 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 sehr weise. Wir sollten, äh, 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 ne, das besser alleine lassen. Nicht so schnell, Junge. Ich habe alles gehört. Dieser Junge hier ist ein, äh, ne, ist ein, ist ein wichtiger Zeuge. Und er, äh, ist jetzt unter, äh, unter Polizeigewahrsam. Ab jetzt. Komm schon, Söhnchen. Du hast ein Rendezvous mit mir, äh, äh, mir unten, ähm, das muss ich mir eben kurz übersetzen. Du hast ein Rendezvous mit mir unten im Bezirk. Nein. Ich gehe nicht. Ah. Das ist wohl, äh, ist nicht so gut gegangen. Sind wieder zurück bei Null Anhaltspunkten. Und jetzt haben wir auch noch ein, äh, ne, ein, ein sehr schweres Handicap im Kord. Ähm, was werden wir denn jetzt tun, Mia? Nun, ähm, ich... Ich, ich, ich muss wirklich gehen. Aber mach dir keine Sorgen, Phoenix. Ich bin sicher, dass alles gut werden wird. Wow, 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 wow. Komm, der Fall ist morgen. Bitte, du musst da sein. Phoenix, kann ich dich etwas fragen? Äh, kann ich dich um etwas bitten? Glaubst du wirklich, dass Mr. Powers unschuldig ist? Natürlich ist er das. Das ist alles, was ich hören wollte. Exzellent. Ich, äh, sehe dich dann vor Gerichtmo... Äh, bei Gerichtmo... Großartig. Danke, Mia. Bis dann. Liebt ihr noch? Liebt ihr noch? Ähm, hallo, Kilion. Äh, ja? Warum sehen sie so unglücklich aus? Äh, oh, äh, nichts. Hehe, hehe. Wirklich, es ist nichts. Richtig, Mia? Oh, oh. Sie sieht sogar noch unglücklicher aus. Mir geht's dir, Kilion. Phoenix? Dein, äh... Klient ist gerade praktisch ein, ne? Ein to... äh, ne? Ist faktisch schon ein toter Mann, der hier rumläuft. Vielleicht fühle ich mich ihm deswegen so ein ganz klein bisschen verbunden. Na, das ist jetzt nicht der, äh, der perfekte Zeitpunkt für tote Leute, äh, 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 Witze. Bitte. Dir ist schon aufgefallen, dass wir in diesem Fall unglaublich, äh, 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 unglaublich schutzlos reingehen. Und doch, wenn Mr. Powers wirklich unschuldig ist, dann werden wir etwas finden, äh, ne? Was, äh, was, äh, was in den Beweismitteln übersehen worden ist, um es dies zu beweisen. Etwas, was wir übersehen haben? Wir müssen heute etwas finden, Phoenix. Entweder das oder wir verlieren diesen Fall. Das ist... wird auf jeden Fall nicht ganz so einfach sein. Das Gericht befindet sich nun in der Sitzung für den Fall von Mr. Will Powers. Die Staatsanwaltschaft ist, äh, bereit, euer Ehren. Die Verteidigung ist bereit, euer Ehren. Nun, sehr gut. Mr. Edgeworth, ihr, äh, Eröffnungsplädoyer, bitte. Was, 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 was? Kamel! Dankeschön für 24, äh, Monate. Ich weiß zwar nicht, welches virtuelle Obst du anknabberst, aber, ähm, du kriegst gerne 24 Waffeln. Das krieg ich sicher irgendwie hin. 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4. Boah, ich kann zählen. Hier, nimm, nimm Waffeln. Und Herzchen. Boah, Ragnu, das ist jetzt nicht nett. Das ist nicht nett. Das ist, weiß Gott, nicht nett gerade. Ein, äh, unerwarteter Fakt hat die Aufmerksamkeit des Gerichts auf sich gezogen. Gestern haben wir gelernt, ähm, äh, haben wir, äh, ne, ne, gehört. Hätte ja kloppen können. Ähm, äh, äh, dass noch mehrere Leute, äh, in den Studios präsent waren. Äh, äh, heute würden wir gerne Beweise zeigen, äh, die, äh, also würden wir gerne Beweise zeigen, die darauf hinweisen, dass diese nichts mit dem, mit dem Mord zu tun haben. Wow, Kermit, das ist auch nicht gesund. Don't do this. Nicht gut, gar nicht gut. Ich werde dich aber auch jetzt leider nicht in den Schlaf quatschen können. Ähm, äh, nun gut. Rufen Sie mal Ihren ersten Zeugen zeigen, Mr. Edgeworth. Ich gebe allerdings zu, ich habe die Nacht auch nicht gut geschlafen. Hm, ich frage mich, ob das der Regisseur sein wird. Ich verstehe nebenbei den Joke in dem Namen nicht. Ähm, äh, die, äh, Staatsanwaltschaft ruft, äh, Mr. Salmanela in den Zeugenstand. Oder, äh, achso. Ob Sie den Produzenten reinrufen oder den Regisseur. Oder den Regisseur. Möchte der Zeuge bitte seinen, äh, 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 seinen Namen und seinen Beruf angeben? Hey, wie unnöfisch sind Sie denn? Sie kennen mich nicht? Ich bin der Regisseur. Ich mache den, äh, 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 ich mache den Stil, äh, den Stil-Samurai. Noob, Ruffel. Äh, äh, Salmanela. Ich bin, äh, Regisseur. Fernsehen. Waren Sie in den Global Studios am Tag des Mordes? Ja, euer Ehren. Hm. Nun gut, bitte, ähm, geben Sie dem Gerichtsprotokoll von der Sache, äh, also, äh, about the events of the day, also, ne, von den Vorkommnissen an diesem Tag. Phoenix. Fangen wir damit an, seine Aussage auseinanderzunehmen. Wenn Powers wirklich unschuldig ist, weißt du, was das bedeutet. Jemand aus dem Trailer hat es an diesem Tag getan. Äh, richtig. Sie, ähm, verschwendet überhaupt gar keine Zeit, hier Druck aufzubauen. Ähm, ich, äh, war, ähm, ab ungefähr morgens 9 Uhr in den Studios. Ähm, während des Morgens habe ich, ähm, lassen Sie mich kurz überlegen, äh, ein, ein Durchlauf der Action-Szenen gemacht. Es hat viel länger gebraucht, als ich dachte, dass es bleiben würde. Ich, äh, hörte, dass, äh, jeder, ähm, oh, warte. Ähm, dass, äh, äh, dass, äh, alle anderen ihr Mittagessen in der, im Mitarbeiterbereich zu sich nahmen. Äh, aber ich hatte ein, äh, ein... Ich weiß nicht mal, ob ich die Ströms heute überlebe. Äh, also mein. Ich fühle mich so, entschuldigt, fühle mich so richtig schrecklich müde. Ich weiß nicht mal, warum. Also, außer, dass ich die Nacht nicht geschlafen habe, aber das hatten wir gerade schon. Ähm, ich, äh, hatte ein Treffen bei den, äh, beim Trailer von Studio 2 und das, äh, bedeutete, dass ich, ähm, das Mittagessen übersprungen habe. Wir waren in dem, äh, in dem Meeting bis ungefähr 4 Uhr. Während des, äh, Meetings bin ich mir sicher, dass niemand seinen Stuhl verlassen hat. Umu, du musst nach dem Stream nochmal die Programmparen gucken, Zweckspielvorschlag. Das war's. Moment. Hm. Der Zeitpunkt von Mr. Hammers Tod war 2.30 Uhr. Nach dem Stream, ich kann das auch währenddessen tun. Und, äh, laut Aussage, äh, also, ne, und, äh, laut ihrer Aussage waren sie zu dem Zeit in diesem, in diesem Meeting. Whistler, sie können ja bitte mit ihrer, mit ihrem Kreuzfeuer beginnen. Das Schlimme ist, ich hab halt die ganze Zeit Angst, dass ich gleich einschlafe. Also, ich muss halt, ich muss halt dazu sagen, ich fänd's echt cool, weil's halt wirklich mal was anderes wäre. Ja, euer Ehren. Um, zwei. So, am Ende sind sie überhaupt nicht dazu gekommen, was zu essen. Ja. Jedenfalls kein Steak. Können sie das glauben? Ja, das muss schon sehr schwer gewesen sein. Phoenix, ja. Klingt doch ein bisschen, klingt da etwas für dich ein bisschen komisch? Ja, da ist schon ein, ja, da ist schon etwas ziemlich komisch, jetzt wo du es betonst. Mr. Manela? Äh, was möchtest du? Äh, wenn ich, äh, als ich zu Studio 2 gegangen bin, habe ich etwas auf den Tischen gesehen. Da waren, äh, zwei Platten. Dieselben, äh, dieselbe Art von Platten, die es auch in der Mitarbeiter, im Mitarbeiterbereich gab. Wer hat denn das Mittagessen dort gegessen? Ähm. Nun, ähm, das ist, äh, gut, äh, ne, gute, gute Frage. Ähm. Ähm. Ich, äh, war so, ähm, so, so peinlich berührt, dass ich vergessen habe, es zu erwehen. Aber, äh, ja, ich habe halt, äh, doch was gegessen. Äh, ein, ein T-Bone Steak, meinen Sie? Okay, ja, nun, meine, äh, die, äh, der, der Assistent ist, hat all diese Trouble, äh, diesen Ärger auf sich genommen. Und, äh, hat es zum Trailer gebracht und dachte, ich könnte es dann später essen. Äh, auf jeden Fall ein Mann, der es mag zu essen. So viel hatte ich schon vermutet. So, wann genau haben Sie gegessen? Äh, wir haben ein, ein, eine Pause während des Meetings gemacht. Er sabbert schon wieder. Und, äh, da habe ich es dann heruntergeschlungen. Hahaha. Ein Kopfkino-Bild, das ich hier mit in mein Grab tragen werde. Äh, wartet mal eine Sekunde. Ähm. Ähm, wenn Sie eine Pause vom, äh, vor dem Treffen gemacht haben, dann ist das eine, also eine, ein, ne, 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 dann stimmt ja seine Aussage nicht. Ich presse da, glaube ich, mal ein bisschen mehr. Sie haben nicht eine Pause genommen? Ähm, nun, ja. Äh, nicht eine. Hehe. Hm. Warum, äh, wenn ich nur eine Idee hätte? Warte mal eine Sekunde. Maybe, vielleicht habe ich eine Idee. Nun warten Sie mal eine Sekunde. Mr. Manila, Sie haben sich gerade selbst so ein bisschen verraten. Haben Sie nicht gerade dem, äh, Gericht gesagt, dass Sie ein T-Bone-Steak während der Pause hatten? Ähm, ups. Ups. Nun. Ähm. Mr. Manila. Was hat das zu bedeuten? Nun, ja, ich denke, ja, wir haben eine ganz kleine Pause gemacht. Felix, großartige Arbeit. Wenn Sie eine Pause gemacht haben, hätte jeder von Ihnen zum Studio gehen können während dieser Zeit. Hoffen lol, haha. Haha. Äh, Ian. Ähm, ich möchte gerne den Zeugen bitten, dem Gericht mitzuteilen, was während dieser Pause passiert ist. Nun gut, Mr. Manila. Ihre Aussage, bitte. Oh, Gott. He, he. He, he. Aha. Äh. Hä. Etros ist am Lachen. Hä? was ja wie weißt du was das heißt da bin ich jetzt gerade mal überfragt wir befragen das internet das internet weiß alles bedeutung es steht für vor ort ist also für was ja für was es auch immer wert ist wir haben halt eine pause gemacht aber es war nur 15 minuten 15 naja eigentlich 13 eigentlich nur zwölf nicht genug zeit für jemanden sagen wir mal ein mord in studio 1 zu begehen lol das ist gerade mal genug zeit um ein t-bone steak zu essen wenn sie mich fragen ich glaube auch nicht dass es genug das ist genug zeit gewählt ja nicht mal dafür hätte ich ja weil sie ihn da aufgefunden haben den ermordeten ob er da gestorben ist wissen wir nicht aber sie haben ihn da vorgefunden aber das hat bisher noch keiner in betracht gezogen ich glaube nicht mal dafür wäre das genug zeit für mich aber vielleicht ließ es an mir schlau fröschi ich bin schon stolz naja nun gut sie beginnen jetzt mit ihrer mit ihrem kreuzverhör aber dieses mineralwasser schmeckt nicht ohne dass es verdünnt ist wann genau haben sie denn diese pause genommen ich würde sagen es war so von halb zwei bis viertel vor drei äh von halb drei bis viertel vor drei gott 14 uhr 30 das ist der zeitpunkt des todes also er könnte er also so könnte er nach studio 1 gegangen sein und den hammer ge er müsste er umgebracht haben und wer zurückgekommen sein ich verschwinde wieder halb ich glaube das wäre von der zeit her möglich wieso ist das so haben wir jetzt nicht so langsam genug von diesen sinnlos von diesen sinnlosen freien fragen gehört die aussage macht zu diesem zeitpunkt ein fakt unweigerlich klar die menschen im trailer hat nichts mit dem mord zu tun es war unmöglich für irgendwen für sie zu studio 1 zu gehen was ist irgendetwas falsch mr wright die menschen aus dem trailer nach studio 1 gegangen ist und mr wright phoenix das ist kritisch denk darüber nach bevor du deine antwort gibst ich möchte eigentlich nicht so viel viele mögliche verdächtige abschreiben aber ich kann das unmögliche nicht abstreiten ich stimme zu dass es unmöglich war für jeden unmöglich war der im trailer war zu dem studio zu gehen in dieser zeit und ich dachte schon sie würden die ganze zeit weiter auf dünnem eis herumtreten aber ich sehe hast du wenigstens ein ganz kleines bisschen an der wahrheit genippt was soll das heißen mr edworth er ist doch relativ einfach sicher derzeit in die pause beim trailer meeting war genau zum zeitpunkt des todes wie auch immer der weg war von dort zum crime scene blockiert der gefallene missus missus monkey hat der gefallene kopf von missus monkey hat den weg versperrt um circa viertel nach zwei hat ein starker windstoß den kopf des des studio maskottiens heruntergeweht ergo als die menschen im trailer ein eine pause um 2.30 gemacht haben war der weg zum schule blockiert blockiert bei missus monkeys riesigen kopf es ist eigentlich mr monkey aber edworth hat da schon einen validen punkt und ich habe nicht einmal das bedürfnis ihn zu verbessern ich glaube wir haben nun genug beweise gesehen ich würde mr manila gerne aus dem zeugenstand befreien was ist es vorbei also das gericht denkt sich den fall wie folgt hallo mara wir haben herausgefunden dass mehrere menschen bei studio zwei waren an dem tag des mordes wie auch immer es ist relativ klar dass niemand von diesem menschen nach studio eins gekommen sein könnte dementsprechend haben sie keine kein allein bezug zu diesem fall weiterhin nach nachdem wir das foto von diesem stil vom stil sammerei haben given the size of the costume nach anhand des größe des kostüms wird kein anderer als mr powers an diesem tag getragen haben da wir keinen gegenbeweis haben ist er aktuell derjenige der es getan hat wenn das so wäre würde es mir leidtun herr müsse ich mr powers leider schuldig sprechen euer ehren aber wir haben doch einen einen ganz wichtigen ein zeugen wer ist dieser zeuge mr atworth der zeuge hat jeden moment gesehen wie der sti sammerei den das das opfer naja durchstoßen hat oh mein gott wie kann das nur sein warum warum benutzt du mein taunt im mode mara gegenüber warum pauntest du mara an niemand hat mara was getan ruhe ich möchte ruhe haben ich verstehe das gericht wird eine zehn minuten pause ein für ein also ein zehn minuten pause durchführen und dann werden wir den zeugen hören ach so ich dachte schon ich weiß gar nicht was es gerade herkommt ja den schmolz für sich oh nein das sieht glaube ich ganz ganz komisch aus nein das sieht glaube ich ganz ganz komisch aus meine hallo schaut euch an ne da werden die ladies sofort schwach was tun wir jetzt mir wenn jeder in diesem fälle ein alibi hat das stimmt mir leid phoenix ich glaube ich lag falsch mir jetzt sag mir nicht dass du aufgibst wenn du jetzt schon aufgibst was für eine hoffnung komme ich denn dann verstehe mich nicht falsch ich habe noch nie einen fall aufgegeben bevor noch niemals vorher bei einem fall aufgegeben nicht solange es noch eine chance gegeben hat das ist auch mia nicht maya du meinst maya es ist noch gar keine zeit vergangen mia ist mayas große schwester die die gestorben ist und die die eigenschaft hat ihren geist in ihre schwester zu projizieren die dann auf einmal mega rupen bekommt die mia scheinbar auch sehr gerne zeigt dann ich finde das fragwürdig das ist immer noch ein 17 jähriges mädchen capcom scheint damit keine probleme zu haben nintendo scheinbar auch nicht was mich fast irritiert wenn ich mal bedenke wenn ich mal bedenke was für zensur wir tokyo menage session antun mussten die menschen aus dem trailer können nicht nach studio 1 gegangen sein nehmen wir die bübs an no question ask ja gut gibt es schon muss aber nicht also ne sie muss sie ja nicht so offen zeigen dass sie so viele hat aber wir nehmen die bübs an verdammt habe ich jetzt vorgelesen ist egal aber ich lag wohl falsch das ist alles was da ist was passiert hier gerade was passiert mit mir es sieht gerade so aus als wenn jeder in dem in dem gerichtssaal denkt dass ich es getan habe ich hab halt nichts ja wir müssen das halt mal festhalten bei mumu ist da halt nix oder so gut wie nix muss push abtragen damit da was ist das ist schon traurig sie denken dass ich ein mörder bin ach sorgen sie sich nicht mr powers wenn sie unschuldig sind werden wir es beweisen das garantiere ich lassen sie das bei uns und seien sie sie selbst seien sie stark sie sind der stil sammerei hält der kinder von überall immerhin ich sie danke lief das schlimme ist ich sehe das immer und nicht was kam gepostet hat weil ich chatty gerade auf habe okay phoenix das hier ist für die kinder lass es uns tun was denn die alte schachtel wieder für das kind flachlegen lassen oder was das gericht ist nun wieder in der sitzung und behandelt den fall von mr will powers die staatsanwaltschaft hat ein anliegen anzuhören müsste glaube ich anliegen sein oder hat eine sorge eine besorgnis okay unsere unser zeugen ist ist ein grundschüler in seinen ganz jungen jahren warum ist der muss doch das ganze restliche jahr was zu tun haben der hat ja nur nur zwei tage im jahr richtig was zu tun und sonst langweilt er sich deswegen ist der richter geworden wie das ist ein mordfall wir haben ein wenig die sorge dass die verteidigung ein unnötiges traumata mit seinen gemeinen fragen auslösen könnte nett zu sehen dass edgeworth gerade edgeworth hier den moral prediger spielt aber wie auch immer wir haben keine andere wahl die staatsanwaltschaft ruft cody hackins in den zeugen stand stimmt eigentlich schon ähm euer ehren können wir vielleicht eine box stellen auf die er sich stellen kann äh oh ja richtig äh wache bitte bringen sie ihm eine box eine von den von den von den donut kisten sollte es tun möchte der zeuge bitte seinen namen und seine klasse äh aussagen zeuge was nur weil ihr äh ne weil ihr alle meint erwachsen zu sein bedeutet das nicht dass ihr mich herumschubsen könnt kodi würdest du äh würdest du bitte seine frage beantworten ah du bist es die nette lady ich bin kodi hackins und in der zweiten klasse ich habe das gefühl das wird ein langer langer tag werden mr edgeworth bitte erinnern erinnern sie sich daran dass sie mit einem mit einem kind reden bitte sehen sie nett äh versuchen sie nett zu sein zeuge äh ich meine kodi ich glaube er hat so ein paar probleme mit seiner mit dem nettigkeitsding du warst präsent ich meine du warst bei den global studios an dem tag des unfalls hast du damit ein problem bitte sag uns was du an diesem tag gesehen hast was denn alter soll ich dir äh soll ich dir und dem opa äh mit dem batter äh was you want me to tell you and grams was denn äh was denn äh 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 willst du äh willst du dass ich dir und dem opa mit dem batter vorne sage was passiert ist ich möchte ein boden gentleman er müsste als würc sein und ich würde bärtiger gentleman bevorzugen ein sehr langer Tag ähm o Gott das Schlimme ist es wird halt wirklich ein langer Tag übrigens übrigens Fotografisches Equipment Mr. Edge Lord Ist strikt verboten In einem Gerichtssaal Meine Entschuldigung, euer Ehren Er sagt, er würde nicht aussagen Wenn er das nicht mitbringen könnte Ich hätte gerne eine Eine Sonderregelung Wenn das möglich wäre Warte, willst du mir etwas sagen? Wie, äh, ne Willst du mir etwas sagen? Du musst sein Du musstest, äh Äh Du hast dein Handel mit deinem Kind Du hast dem Kind ein Handel angeboten Und hast verloren? Hey Ich habe gerade erst diese neue Kamera bekommen Ich weiß aber noch gar nicht Wie man die jetzt so gut benutzen kann Aber ich bringe sie Aber ich nehme sie überall mit hin Phoenix Ich, äh, frage mich die ganze Zeit Ob er die Kamera vielleicht auch Am Tag des Mordes bei sich hatte Du solltest dir besser eine Notiz In den Court, äh, in den Court-Record machen Nun, sie denkt, ne, nun gut, Cody Würdest du dem Gericht bitte sagen Was du am Tag des Unfalls gesehen hast? Ich wollte nur einmal eine Probe vom Steel Samurai sehen Ich habe eine Karte im Internet gefunden Und bin an dem Tag zu den Studios gegangen Ich bin durch den Wald gegangen Am, äh, äh Abseits des Weges Sodass die alte Lady mich nicht fangen kann Ich war Ja, ich bin in Richtung des Studios gegangen Hab mich dann aber, äh, irgendwie verlaufen So für ca. 30 Minuten Als ich rauskam Äh, äh, als ich beim Studio rauskam War da der Steel Samurai Ich, ne Es hat total gerockt Und genau von meinen Augen Kam der böse, äh, kam der böse Mann raus Und natürlich Hat der Steel Samurai ihn, äh Ihn niedergeschlagen Pow Wenn ich meine Kamera bei mir gehabt hätte Hätte ich vielleicht die Zeit für ein, äh, ein, ein Bild gehabt, sage ich euch Wie auch, äh, wie dem auch sei Ich konnte nicht ins Studio Also bin ich wieder nach Hause gegangen Hm Nun gut Die Verteidigung darf mit ihrer, mit ihrem Kreuzwecher beginnen Aber bitte seien sie nett Erinnern sie sich dran, dass sie mit einem Kind reden Dieses Kind Ist anstrengend, äh, ne Ist härter als die meisten Erwachsenen Die wir hier drin gesehen haben Wenn ich ehrlich sein darf Was eigentlich ein bisschen Ja es ist eher auf der 種 Sowlands Trust S solemn Ich bin Ja es sind holds Das THEY Ich bin Ich bin Ich bin ähm, Cody, das was du gerade gesagt hast wirkt jetzt schon ein bisschen komisch hast du nicht vorher zu Protokoll gegeben, dass du deine Digitalkamera überall mit hinbringst wo immer du hingehst du warst ziemlich sicher darüber aha Cody, du sollst hier nicht lügen du verstehst das richtig? Mr. Wright, ein Wort mit ihm oh oh, hab ich jetzt zu viel zu viel Druck auf ihn ausgeübt was ist denn diese ähm was ist denn in dieser Digitalkamera-Apparat von dem sie da reden es ist ähm eine Digitalkamera euer Ehren das ist eine neue Art von Kamera wie erklär ich ihm das jetzt? ich verstehe äh, wie auch immer Cody ich kann nicht glauben ich kann nicht glauben dass du deine Kamera nicht mit zu einem Trip in die Studios genommen hast du hast sie mitgenommen hast du nicht? ähm Mr. Wright wie gemein äh, sie doch sind ein armes Kind so zu terrorisieren es interessiert mich nicht ob er ein Kind ist oder ein äh, äh ein Staatsanwalt äh, niemand sollte äh, sollte vor Gericht lügen was meinen sie mit oder ein Staatsanwalt nun Cody was? ja also ich hatte meine Kamera mit dabei also hast du damit ein Problem oder was? also hattest du deine Kamera und hast du diese Kamera benutzt? warum sollte ich sie denn benutzen? ich war viel zu sehr damit beschäftigt zu gucken hm nun gut bitte gebe dem Gericht wieder äh, äh na, womit du denn so beschäftigt warst das hier anzugucken ja, ich hatte meine Kamera dabei aber ich war äh, war von der Action total gefesselt ich konnte meine Augen einfach nicht davon abnehmen der Zielsamurai ist in die Richtung des bösen Mannes gegangen bam und dann hat der böse Mann aufgehört sich zu bewegen er ist so stark der Zielsamurai ist der Beste Ah, das ist alles das war kurz Mr. Wright ihr Kreuzwecher bitte oh nein böses Internet von Kermit du solltest echt mal bei deinem Anbieter anrufen das kann es ja irgendwo nicht so ein bisschen sein ja, ich hatte meine Kamera mit dabei warte mal eben ganz kurz warum äh was meinst du mit warum warum hat der böse Mann sich nicht mehr bewegt nun weil der Zielsamurai äh ihn ähm äh ihm Gerechtigkeit gebracht hat und wie genau hat er das getan okay dann muss deine Mama oder deine Schwester es tun Kermit du bist ja nicht allein in diesem Haushalt ich bin auch nicht gut im Telefonieren ich wollte eigentlich heute meinen Arzt anrufen ob ich meinen Termin nicht auf heute verpasst habe oder ob er wirklich morgen ist jetzt gehe ich morgen einfach so hin hm nun äh wie 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 tut er was mit einem oh Gott ja mit ganz vielen Samurai Tricks irgendwie sowas er ist immer noch sehr vage darüber was guck mich nicht so an Alter wie soll ich das spielen oder schreib halt eine Mail Cody was irgendetwas stört mich vorher hast du gesagt du konntest deine Augen einfach nicht von der äh von ne von der Action nehmen ja und nun was jetzt hast du aber den den wichtigsten Teil vergessen was meinen sie damit der Zeuge hat ganz klar ausgesagt was er gesehen hat du weißt du weißt genauso gut wie ich dass er nur sehr vage ist sagen sie mir was für eine Art von Mörder nutzt einen Samurai Slap rumpf mein mein Punkt ist dieser Cody du hast schon einige von den Stil Samurai Kämpfen gesehen aber du hast den wichtigsten Part verpasst den finalen Schlag Ruhe Ruhe Mr. Wright wie kann das denn sein können sie mir bitte erklären wie es denn sein kann dass er so etwas wichtiges verpasst hat ähm nun äh das ist das Ding Phoenix ich habe das dumpfe Gefühl du bist auf der richtigen Spur hiermit denk wie warum hat Cody den wichtigen Teil des Kampfes nicht gesehen ich kenne dich du kannst es herausfinden Mr. Wright ihre Antwort bitte sie haben gerade relativ klar gemacht dass dieser kleine junge ein großer Fan des Team Samurai ist warum würde er sich jetzt diesen die 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 wichtige Höhepunkt des Kampfes nicht angucken ich habe eine Idee euer Ehren ich habe einen Beweis einen Beweis ja euer Ehren einen Beweis warum hat hat Cody vom Kampf weggeguckt das ist mein Beweis was ist das die Kamera wir haben blau und schlau gelöst wir haben blau und schlau gelöst entschuldigt der Zeuge hat ausgegeben dass er seine Kamera erstmalig erhalten hat ja das ist mir klar und er ist sich noch nicht ganz so sicher wie man mit ihr um geht ja auch das ist mir bewusst korrekt warum würde Cody sonst in diesem kritischen Moment woanders hingucken er hat auf seine Kamera geguckt er hat versucht ein Bild zu machen hey jackpot was ist dein problem alter hast du ein ding damit dich mit kleinen kindern zu prügeln oder kleine kinder zu ärgern pressen nicht gute arbeit phoenix Cody hat ganz klar gelogen ganz klug von dir zu realisieren dass es überhaupt kein Weg war dass er nur da rum gestanden hat und seinen Helden angeguckt hat und kein Bild gemacht hat richtig Cody es gab also wirklich nur einen Grund warum du nicht auf den Kampf geguckt hast und das war weil du ein Bild machen wolltest aber du hast gerade erst deine kamera erhalten und du warst noch nicht in ihrem gebrauch so bewandert und deswegen hast du den Höhepunkt des Kampfes vermisst richtig ja sehr gut phoenix ich wette mit dir auf alles dass er noch mehr als das verheimlicht lass ihn bitte noch einmal aussagen richtig mia means business feuer ehren die verteidigung würde bitte also würde beantragen dass Cody Hackens noch einmal aussagt na gut Cody Könntest du uns bitte über deine kamera erzählen warum hast du kein bild von dem kampf geschossen Willkommen in der realen Welt kiddo ja du hast recht alter der cishamorei ist gerade den gerade dem griff des bösewichts entflohen also habe ich meine kamera hochgehalten um ein bild zu machen aber die lense wollte sich nicht öffnen also habe ich verpasst das ist alles was passiert ist jep irgendwas komisches an dieser aussage mr. ride ja fänge wäre auch noch gut gewesen an nacht schule ich würde trotzdem gerne mit der mit der weitermachen doch ich war nur wieder zu ich war nur wieder zu gierig eins zwei drei vier fünf das ist alles was passiert ist warte mal das ist alles ja vertäut hier ich habe dir doch gesagt ich habe kein bild gemacht ich würde ich würde ich immer noch sobald sich die linse geöffnet hat hat er wirklich ein bild gemacht nicht nicht mal nur eins nein er würde definitiv ein bild gemacht haben es muss doch irgendetwas geben was ich nutzen kann cody hör mal ganz gut zu cody hackins ich weiß ganz genau was an diesem tag passiert ist du hast dein bild gemacht und festgenagelt wie wie kannst du das wissen ich sehe durch all deine lügen cody hackins das ist eine von meinen fähigkeiten wow das fühlt sich großartig an ja ja ich habe ein bild gemacht könnt du deine aussage bitte dahingehend ändern cody ich habe ein paar bilder gemacht aber es war zu spät also habe ich sie gelöscht jedes mal wenn du cody sagst folgt darauf immer irgendetwas böses ich wollte mich nur dafür bedanken hallo hede dass du mir das den anderen tag gegeben hast ja richtig was war das was was du mir den tag gesagt hast ich habe jede live performance mitgekriegt ich nehme immer eine also ne ich mache immer ein bild wenn der samurai seinen finalen hit macht bye bye ragnu ruhige nacht ich hoffe es wird ganz angenehm und du musst dich nicht so stressen ich habe sie alle ich habe nicht eine verpasst die perfekte kollektion hast du wirklich ein bild davon gemacht wie der siegreich seinem gegner gestanden hat wenn du das gesehen hast wäre es hart für mich zu glauben dass du es gelöscht hättest würdest du es nicht für dein album behalten mr right was genau ist dieses album es heißt der weg des sieges es ist eine kollektion von bildern des die alle von cody hackins genocht worden sind er betont dass es die perfekte kollektion jedes jedes kampfes des team samurai ist den er gewonnen hat ich ich verstehe finden sie das nicht auch komisch euer er bei bei all diesen bildern die er gemacht hat gab es nicht eine von diesem tag ja rachno hat nachtschicht hast du nicht discord gelesen oder war es hier ich bin jetzt gerade unsicher wenn es hier gewesen ist tut es mir leid rachno hat auf jeden fall geschrieben das war glaube ich vorhin hier vor ungefähr eineinhalb stunden oder so hat er geschrieben sieben moment oder war das nicht also auf jeden fall hat rachno irgendwo geschrieben dass er heute noch seine letzte nachtschicht tat bevor er dann wochenende hat habe ich das richtig mit ich meine schon vor eineinhalb stunden war ich nicht am pc stimmt du warst erst vor einer stunde am pc aber ich meine rachno hat es irgendwo geschrieben ich weiß nicht ob es hier war achso genau ja ist ungefähr eineinhalb stunden her gut heute noch mal in nachtschicht dann wochenende ruhe mr right haben sie eine 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 erklärung wenn der sie samurai doch gerade erst seinen gegner besiegt hätte dann würde es doch sich dann würde ich auf jeden fall ein bild in diesem album erwarten das ist genau mehr punkten euer ehren nein warte nein phoenix ich glaube wir haben langsam die wahrheit heraus gefunden und was für eine wahrheit das ist mia sind wir uns darüber ganz sicher hat er wirklich ja ich bin sehr sehr sicher dass das was du denkst richtig ist sag es die hat nicht gewonnen die sagt letztes ich weiß es ich bin jetzt in dem fall fein raus ich weiß es drei kilion sagt auch drei okay keine gegenstimmen möb sagt auch drei der c samurai hat nicht gewonnen ich denke es gibt da nur einen einzigen grund euer ehren der c samurai hat gar nicht gewonnen das ist der grund warum cody die fotos gelöscht hat sie meinen der c samurai hat verloren nun cody habe ich recht oder ich habe recht oder nicht sagt die wahrheit der böse mann hat den c samurai besiegt nein nie im leben nein das ist unmöglich der c samurai verliert nie er verliert er verliert niemals gegen niemals niemand euer ehren der zeuge hat alles mit seinen eigenen worten preisgegeben es gab keinen grund dass er liegen würde dass er als er uns gesagt hat dass er kein bild gemacht hat es ist genau der grund warum er seine vorherigen fotos gelöscht hat für cody war es inakzeptabel dass der c samurai besiegt hätte werden können wie auch immer cody hat das unmöglich gesehen er sah wie der c samurai verloren hat jetzt müssen wir natürlich dazu sagen dass das was er gesehen hat alles zerstört hat woran er geglaubt hat das ist das warum er gelogen hat und gesagt hat dass er gewonnen hat er konnte die Wahrheit nicht vertragen ruhe ich möchte ruhe haben zeuge ich meine cody ist es die wahrheit was hast du gesehen erzähl dem gericht was du gesehen hast ich oh gott er fängt jetzt gleich an zu weinen das i can't handle this waa schnief cody an dem tag hast du gesehen wie das die samurai einen kampf verloren hat richtig okay okay du hast recht der samurai ist runter ist umgefallen und dann hat er sich auf einmal nicht mehr bewegt ruhe 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 was für eine art von stunt führen sie jetzt hier auf right der war der mörder nicht das opfer ja aber jetzt laut deinem laut der zeugenaussage deines zeugen war es der sea samurai der umgefallen ist mr. was passiert hier gerade scheinbar haben wir alle einen riesengroßen fehler gemacht ein fehler was meinen sie damit jetzt muss ich mal eben ganz kurz drüber nachdenken der steel samurai war das opfer um zu verstehen was wirklich passiert ist ist eigentlich relativ einfach am ende des kampfes ist der steel samurai ungefallen und lag still da in anderen worten war der steel samurai nicht der killer sondern das opfer verstehst du es nicht jack hammer war der steel samurai gerechtigkeit ja genau ruhe 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 also der steel samurai in diesem foto sie sagen dass dieser mann in dem kostüm war das opfer mr jack hammer das was ich sage euer ehren jack hammer war präsent als die als am morgen die action szenen geprobt worden sind dementsprechend wusste er über will powers fuß verletzungen es gibt nur eine wahrheit und ich finde sie man nennt mich detektiv connen aber detektiv connen hört dann schon auf bevor dieses spiel anfängt aber warte war mr hammer nicht schon nach studio 1 gegangen war es schön kam mit dass es immerhin versucht hast ach schön ja das war das was irgendwie jeder gedacht hat aber erinnern sie sich was miss outback in ihrer zeugenaussage gesagt hat also im tag des mordes bin ich um 1 uhr an meinem arbeitsplatz gewesen habe ich den armen alten hammer gesehen nein er scheint wohl schon zum studio gegangen zu sein bevor ich bei meinem arbeitsplatz gewesen bin also at the guard station mr jack hammer hat die mit arbeiter bereich nach dem mittel essen verlassen aber wie auch immer niemand sah ihn in richtung studio 1 gehen geschweige denn dass es irgendwo ein bild von ihm gab er hat darauf gewartet dass mr powers sein niggerchen in seinem umkleideraum macht hat sich dann in seinen umkleideraum geschlichen und das c samurai kostüm gestohlen aber warum würde das opfer denn so was tun das weiß ich jetzt gerade nicht ich verstehe es ich dachte mir schon dass sich der st selber etwas komisch bewegt es war also eine andere person innerhalb des des anzugs papa ich was eigentlich gibt es wirklich noch etwas was ich was ich behalten habe von den daten von den daten ja das foto auf meiner digitalkamera was teig ist und schnell nie im leben man nicht wenn du wenn du mich so anguckst nun hier das ist es nun wenn ich mir es so angucke ist es immer noch sehr schwer zu sehen ich habe das dumpfe gefühl es könnte immer noch jeder in diesem kostüm sein ihre meinung mr. right stimme ich euch zu ihr ehren das ist kein ganz klarer beweis es tut mir leid aber es sieht nur nicht aus wie den beweis den wir brauchen ich gebe sie zurück warte phoenix mir was guck dir das foto bitte noch einmal an das ist das phoenix das foto ist in dem beweis den du brauchst um diesen fall zu gewinnen was darf ich mir das foto bitte doch noch mal angucken ja mir auch kermit mir auch ich gebe mir die letzte stunde halte ich noch durch die risk i took was calculated und boy im bett ja ich verstehe zwar nicht warum phoenix zeige es ihm da ist ein ganz klarer eine ganz klare inkonsistenz in den fakten die wir wissen in diesem foto ich hab's gesehen ich hab's gesehen ich hoffe ihr auch guckt mal das ist definitiv keine eins ich hoffe das reicht ich denke aber es ist hier ah verdammt da da oben das ist keine eins euer ehren schauen sie sich das an ich sehe ein tor ja aber dürfte ich ihre aufmerksamkeit auf die nummer des tors schicken die nummer ach ja nun es ist hart zu sehen aber sieht aus wie eine zwei ganz klar also keine eins habe ich nicht recht euer ehren ich glaube mr at first versteht worauf ich gerade hinaus will aber das ist unmöglich worum geht's gerade bitte erklären bitte erklären sie vielleicht dass ich vielleicht auch mit dem rest des gerichts also alles falls ich nicht mehr antworte größer mara von mir machen wir können mit schlaf gut sleep well sleep tight and don't let the bed bugs bite damit das rechtliche Gericht auch folgen kann nehmen wir einfach mal die guide map vom studio der körper wurde hier gefunden in studio 1 wie auch immer das was wir sehen was wir in diesem foto sehen was sehen wir auf dem bild was zum zeitpunkt des mordes geschossen worden ist es lag nicht 1 auf dem gate des studios ehren es gibt einen waren einen waren ort wo das verbrechen statt gefunden hat hier hier bei studio 2 ah ich verstehe das würde natürlich erklären warum B2 auf dem auf dem Tor auf dem Foto ist ehren ich finde es sehr signifikant dass ähm der mord im studio 2 statt gefunden hat denn dort befindet sich der trailer wenn sie sich richtig erinnern ist der trailer bei studio 2 der nun an dem tag wurde genau wurde genau an diesem trailer ein meeting gehalten es gab eine ähm eine pause die zum zeitpunkt des todes passt während dieser äh in dieser pause haben mr sal manela und miss diva kes ähm draußen gesessen und steak gegessen also ist roffelboy schuldig unter umständen wir haben aber auch noch hier miss wie hieß sie war kes oder so ähnlich sie waren alle am ort des verbrechens der weg zum äh zum trailer war blockiert ja das haben wir gehört der weg wurde um circa viertel nach zwei blockiert mit anderen worten ist das opfer vor dieser zeit zu studio 2 gegangen ja ja ich glaube das wäre dann schon der fall erinnern sie sich an mr simonelas zeugen aussage erlauben sie mir dass ich das ganz kurz dem gericht erkläre er sagte dass niemand aus dem trailer schuldig sein kann weil niemand die zeit gehabt hätte nach studio 1 zu gehen aber eigentlich war genau das umgekehrte die wahrheit jemand aus dem trailer kann diesen mord begangen haben weil sie die einzigen waren die zum ort des verbrechens studio 2 zugang hatten ruhe ruhe die verteidigung macht gibt folgendes klar also gibt folgendes an der ort des verbrechens war studio 2 die person die die miss oldbag die security lady sah war das opfer mr jack hammer mr hammer hat für irgendein aus irgendeinem grund das die samurai kostüm gestohlen und ist damit nach studio 2 gegangen das ist verrückt jack hammer ist das opfer das opfer warum würde er das die samurai kostüm stehlen geben sie hier einfach er das getan hat um seinen eigenen mord zu vertuschen nein natürlich nicht oder haben sie beweise ich habe einen beweis ich habe einen beweis hast du haben sie mr right jetzt wo sie alle so überrascht sind bin ich doch jetzt nicht mehr ganz so aber ich denke ich habe recht geben sie mir den beweis dass mr jack hammer das kostüm gestohlen hat das ist es eine leere medizinflasche ich habe das auf dem tisch der mitarbeiter arena des mitarbeiter bereichs gefunden derselbe tisch an dem mr powers und mr hammer zu mittag gegessen haben das label sagt schlafpillen schlafpillen der angeklagte mr powers hat den ganzen nachmittag damit verbracht zu schlafen er war er wurde er wurde das ganze war weil er nicht vergiftet er wurde unter drogen gesetzt von mr hammer warte mal einen ganz kleinen moment ja dieser diese flasche hebt schon einige verdächtige also die ist schon ziemlich komisch aber es gibt keinen beweis dass mr hammer sie benutzt hat ich habe eine idee nehmen wir doch einfach mal fingerabdrücke das haben wir die ganze zeit noch nicht gemacht eine idee nun gut lassen sie hören ich möchte gerne diese flasche auf fingerabdrücke checken lassen wenn meine meine aussage wahr ist dann sind die die fingerabdrücke von mr hammer auf dieser flasche diese augenringe die er immer kriegt ich habe sie werden wohl recht haben nun gut die das gericht wird diese flasche an sich nehmen das gericht wird den fortbestand des aktuellen files für heute beenden cody hackings aussage hatten weitere möglichkeiten in diesem fall also hervorgebracht und scheinbar scheinen dinge nun vollkommen anders zu sein als wir gedacht haben der sea samurai der von mrs oldback gesehen wurde war das opfer jack hammer der ort des verbrechens war nicht studio 1 sondern studio 2 und die menschen die im trailer waren hatten die zeit den mord zu durchzuführen mr right ja euer ehren ihre hausaufgabe ist die frage zu folgen ist die antwort zu folgender frage zu finden warum würde mr hammer das samurai kostüm stehlen und wer hat ihn umgebracht und warum finden sie die antworten für mich bis morgen das ist eine menge hausaufgaben mr edgeworth sie werden wohl ihren standpunkt in diesem fall neu überdenken müssen vor allem wenn sie wohl überdenken müssen dass mr will powers schuldig ist wie sie sagen euer ehren der fall wird bis morgen erweitert das ist dann die letzte erweitert weil länger als drei tage darf ein fall nicht gehen sehr gut das gericht ist entlassen wir haben dieses arme kind drei stunden verhört drei fucking stunden was hat dieses kind denn den allen getan der war knapp aber haresbreite gerettet das ist alles was zählt ich war schon ganz kurz davor nach hause zu gehen ungefähr dreimal während des falls nicht nur du wirklich die beiden sahen so entschlossen aus vielleicht sollte ich eine Schauspielkarriere in betracht ziehen ich habe sie mindestens dreimal tot gesehen da drin ich auch tot natürlich sind wir nur am scherzen sind ihr sich sicher also ich habe nicht gescherzt nun mr powers wir müssen nochmal eine letzte untersuchung machen aber ich verspreche ihnen dass wir den wahren killer bis zum fall morgen finden werden richtig danke nie meinte wir kriegen den fall heute noch fertig also wir haben jetzt noch wir schaffen mindestens auf jeden fall noch die investigation ich glaube nicht dass die so lange gehen wird obwohl wer weiß man muss halt dazu sagen das ist jetzt schon der dritte stream der dritte stream mit diesem fall es tut mir leid ich dachte wir würden schneller vorankommen eine Stunde später das war schon ein der der war schon ziemlich glamp oder Mia wirklich zu schade dass ich es verpasst habe Maya so was ist passiert nun ich denke ich habe eine sehr gute idee bekommen wer es getan haben könnte nun ist alles was ich noch brauche ein motiv und beweise wow sehr gute idee nick nach dem initialfall system ist morgen den letzten tag den wir haben initialfall was ist das das ist ein neues gerichtssystem das sie vor zwei oder drei jahren eingeführt haben wir hatten einfach so viele fälle im system dass sie sich dazu entschieden haben den ganzen prozess schneller von statten gehen zu lassen und unter dem system müssen dürfen fälle nicht müssen nach drei tagen abgeschlossen sein ja genau so nun wir haben keine zeit zu verlieren ich verstehe es nicht Maya wieso würde mr hammer das ist die samurai kostüm clan was du meinst mr hammer hat das was getragen ja aber mr hammer war das opfer nick warum hätte er denn es in betracht gezogen ist zu stehlen das was wir herausfinden müssen was ist denn mit der aussage des regisseurs passiert und es ist relativ klar dass der produzent und der der regisseur beide im trailer waren was so viel bedeutet wie der killer muss einer von den beiden gewesen sein wirklich warum weil der wirkliche der wirkliche ort des verbrechens studio 2 war wo sich der trailer befindet was war maja eigentlich schon schon immer so leicht erregbar hast du vielleicht irgendetwas zu merken was uns vielleicht helfen kann ich kann doch gar nicht sehen was passiert wenn mia da ist also nein ich habe überhaupt nichts gekriegt ach richtig vielleicht sollten wir gehen und mit 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 powers reden tun wir das mal mr right sie haben wieder sie haben wieder sehr gute arbeit geleistet danke sehr danke danke könnten sie vielleicht aufhören so zu gucken als wenn sie gleich in tränen ausbrechen würden also wenn maya da ist oberteil geschlossen wenn mia da ist wuchs wieder mayas pose ja durch dann zurückhaltend oder sehr energisch weil das kann sie nämlich gut wenn mia da ist steht sie grundsätzlich so da und zwinkert wahrscheinlich mit ihren augen und drückt ihre boobs noch mehr zusammen dass man noch mehr aufschnitt sieht war das eine gute zusammenfassung wow du musst ihn wow nick du musst ihn da drin wirklich beeindruckt haben könntest du das grinsen bitte von deinem gesicht nehmen ja hey bp wp wir haben nur noch einen tag übrig lass uns jede sekunde zählt wenn du grüste siehst ist die andere gerade aktiv richtig möf hat es verstanden ansonsten hörst du es aber auch weil ich also ich versuche beide so ein bisschen anders zu sprechen wieder ich gebe mir mühe sie anders zu sprechen aber wie gesagt mir hat meistens die geradere haltung mit mehr boobs nach vorne was ich immer noch nicht imitieren kann weil da sind immer noch keine boobs ja auch wenn es nicht wirklich irgendetwas gibt was ich tun kann um zu helfen ich bin auch gerade nicht so sicher was ich tun kann bitte das ist kein Grund zum lachen können sie mir vielleicht noch ein bisschen mehr über missverkehrs sagen oh die produzentin sie ist sehr respektiert in der industrie sie ist ein wahres genie ein genie sie ist jetzt bei ilfe seit fünf jahren bei den global studios richtig oder falsch ob richtig oder falsch niemand traut es sich heutzutage ihr zu sagen also ihr irgendwas anderes zu sagen warum ist das so naja seitdem sie zu uns gekommen sind hatten wir nichts anderes außer außer hits die global studios waren eigentlich schon auf ihren knien aber sie hat sie genommen und zum glänzen gebracht oh und und was nichts vergessen sie vergisst es ich habe nur ein paar gerüchte gehört irgendwie können sie mir irgendetwas über missmanela sagen ach er war ein kleiner direkt auf videoproduzent äh regisseur aber irgendwas an seiner arbeit hat die augen von miss vakes getroffen sie hat die steel samurai idee zu ihm gebracht und jetzt kennt jeder den namen salmanela aber ich habe gehört dass er oh gott das muss ich mir übersetzen das hat sich ja wird übersetzt und deine haare ja ich habe sie ja nicht geschnitten wie sollen meine haare kürzer werden wenn ich sie nicht schneiden lasse aber ja ich also ich habe vor zwei wochen gefärbt und ich weiß gar nicht ob man das sieht moment bin ich überhaupt noch live ach da ähm guck mal ich habe vorhin nicht zwei wochen gefärbt und schaut euch diesen ansatz an das ist so krass mindestens schon mehr so zentimeter zwei absatz ähm und ja deswegen die haare sind länger geworden das hier geht jetzt mittlerweile bis 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 ein bisschen noch dann kann ich endlich wieder ordentliche zöpfchen machen und dann wird das danke danke immerhin einer der sagt dass ich noch live bin und dann wird die seite beigeschnitten also geplant ist aktuell ein Bob dass die haare wenigstens auf einer länge sind und rausschneiden und wahrscheinlich will ich hinten undercutten aber da bin ich noch nicht sicher das kommt drauf an ob ich das alles schön auf eine länge kriege und dann mache ich im prinzip deck haarlassen und alles was unten drunter ist ich glaube hier wäre schon randal stimmt da hast du recht hier also dass er eigentlich nur das tut was ihm sagt wenn immer sie sagt spring fragt er wie hoch und solchen kram also ich kann mir schon vorstellen dass er im prinzip nur eher ihr haushändchen ist aber ich kann mir ihn nicht springen vorstellen ich wundere mich gerade so ein bisschen über mr hammer er war doch ein großer star in den alten tagen oder nicht aber dann ist er ist sein gesicht einfach von der erde verschwunden oh ja da hast recht eigentlich war er sogar mein role model also mein großes vorbild als ich in dem business angefangen habe aber er hat einfach aufgehört große rollen anzunehmen und das war dann als er angefangen hat in kleinen produktion von global wie kann er das denn tun ich habe wirklich auf die fortsetzung von samurai sama gewartet er hat nur aufgehört ein star zu sein vor ungefähr fünf jahren aber jetzt wo ich mal darüber nachdenke das war genau dann als mr kes zu global gekommen ist vor fünf jahren vor fünf jahren wir müssen jetzt also im prinzip herausfinden was ist vor fünf jahren passiert die frage ist wo können wir das herausfinden hier ist eigentlich immer ein guter job yo schachtel alte windbeutel ist schon ziemlich ruhig heute weißt du der ort ist so mietvoll wenn er so ist nick ich glaube ihre also sie ist irgendwie so ein bisschen nicht ganz anwesend ja ich wette wir würden sogar hinkriegen einige von den donuts in ihrer in ihrem wachhäuschen zu essen wenn wir wollten du isst du stirbst ja sie lebt noch ich wundere mich ein wenig bei die produzentin die großen menschen also die 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 großen im studio lieben sie sie kriegt immer alles was sie möchte mögen sie die produzentin nicht seht ihr die menschen aus dem studio wollen nicht dass ich über sie rede also entschuldigung kann ich sie denn etwas über Salmanela den Regisseur fragen er ist weich das war ich ein Schwächling er tut alles das was Cass ihm sagt sie behandelt ihn wie Dreck aber ich glaube er mag warum will es denn irgendjemand mögen wie Dreck behandelt zu werden kann ich mir jetzt so gar nicht vorstellen dass das jemand mögen könnte das macht doch überhaupt keinen sinn oder nick nein macht es überhaupt nicht mal ja ich weiß gar nicht was die meinen könnten ähm über Mr. Hammer ich habe ganz genau gehört was du heute gesagt hast du frecher Grünschnabel der arme alte Hammer du hast seinen Stern vom Himmel genommen und auf ihn drauf gestampft ihn einen kriminell zu nennen ein Dieb ich 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 das werde ich niemals vergessen oh oh diesmal ist sie wirklich sauer hörst du mir mir zu Grünschnabel der arme alte Hammer würde so etwas nie tun warum würde er Powers Kostüm stehen dass er an mir vorbeischleichen kann er würde niemals so tief fallen das ist unmöglich ok 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 ich glaube sie mag uns nicht ich denke mal sie werden heute immer noch nicht filmen dabei würde ich sie so gerne einmal filmen sehen nur einmal ok der fall ist vorbei und abgeschlossen nach morgen danach kannst du kommen und sie filmen sehen ich glaube auch hier ist doch wo wir die Schachtel mit den Schlafpillen gefunden haben richtig aha ich frage mich ob hier wohl noch mehr hinweise irgendwo rum liegen ja nein 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 nicht anfassen ja oh Entschuldigung Junge ich wollte dich nicht erschrecken du wolltest das nicht du hast mir du hast fast dafür gesagt dass ich dass ich einen Herzinfarkt bekomme ich glaube ich kann etwas überdramatisch manchmal sein ich glaube das ist der Schauspieler in mir ja dramatisch definitiv ähm wie auch immer ich bin hier um die Platte auf dem Tisch zu untersuchen also den Teller auf dem Tisch zu untersuchen warte hast du etwa nach Schlafpillen äh ja Junge jedenfalls Spuren davon so du suchst also nach Spuren Spuren der Schlafpillen äh wie oh wenn die dann immer mit ihrem Fachsprech anfangen ah ok das ist bezirk irgendwann merke ich mir das naja für die Untersuchung äh Suchung muss ich die Platte zurück mit zum Revier nehmen aber ich habe die Möglichkeiten ich denke mal einen Schnelltest oder so cool sorry ah ein Flüchtigen ähm aber ne ich habe die Möglichkeiten ein Flüchtigen äh äh eine Flüchtige Untersuchung auch hier zu machen die Menschen aus der Wissenschaft haben mir hier diese diese Testpulle mitgegeben und sie reagiert auf Schlafpillen siehste wenn hier Spuren davon sind ändert es die Farbe wow cool nun detektiv äh gamshu worauf warten sie denn dann nein äh nun alles zu seiner Zeit Junge nun die Testlösung auf der auf dem Teller hat die Farbe gewechselt okay das Essen auf diesem Teller dem Essen auf diesem Teller wurden Schlafpillen untergemischt sieht jedenfalls so aus wie der Steak Teller wurde zum Court Record hinzugefügt wie geht's mit ihrer Untersuchung voran um die Wahrheit zu sagen das ist ein großes Problem Junge Einige Menschen denken wir sollten ähm den Fall den wir äh den Fall verfolgen den wir bis jetzt schon gegen Powers haben jemand äh jemand andere Menschen denken dass wir darüber nachdenken sollten äh den Verdächtigen zu wechseln und was denken sie Detective Gamsow nun Junge hast du es zuzugeben aber ich bin ich bin nicht so sicher ob ich den Fall gegen Mr äh gegenüber Mr Powers noch irgendwie glaube ich fühle mich aber ein bisschen schlecht für Mr Atworth wenn ich ehrlich bin wie wie geht es Atworth eigentlich Mr Atworth ist ziemlich außer Kontrolle er war im Warteraum und hat dort und hat dort einen Papierbecher zerstört mit heißem heißem leckeren schwarzen Kaffee da drin der Kaffee war schön schwarz und heiß hatte ich eigentlich schon erwähnt dass der Kaffee schön hat oh Gott nee komm don't try I'm sorry I'm very very sorry ähm ich hab's versucht das ich hab's I'm so sorry ich hab's kaffee was ich hab's schöner schwarzer heißer Kaffee Junge und so ähm mit heißem heißem schwarzem leckerem Kaffee drin wow ähm wir reden hier über Verbrennung Junge wow wie Wut des Edgeworth ja Papierbecher zerstörend Flaschen nee warte Cups ist Tassen Tassen Flaschen äh sag mal was ist eigentlich mit der mit der mit der mit der Lern äh Buddel passiert Oh die 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 äh das Gefäß mit den Schlafpillen Nun ich habe einige äh gute Neuigkeiten ähm für also ne für sie darüber es wurden die Abdrücke von Mr. Jack vom Opfer Mr. Jack Hammer auf der Flasche gefunden also bedeutet das jup sieht so aus dass derjenige der Powers zum Schlafen gebracht hat niemand anders war als das Opfer also hatte ich recht kann ich mir irgendwas zeigen Mr. Monkeys Head Gucken wir uns weiter um Oh Hallo Na was was machst du denn hier Oh Ich habe nur den äh den Umkleideraum etwas aufgeräumt Ich glaube WP äh wird den nicht mehr äh wird den nicht mehr benutzen also Was Warum Aber WP ist doch unschuldig Ja und ich bin sehr dankbar für alles was ihr getan habt aber Aber diese Woche ist die letzte Episode vom Steel Samurai Äh Was Nein Nein Ähm ich ähm wund also ne also ne ich frage mich ob ich sie nach Mr. Hammer befragen darf Ja Am Tag Am Tag des Mordes ist er zu Studio 2 gegangen Ich dachte er wäre nach Studio 1 gegangen Er hat sogar das Steel Samurai Kostüm geklaut Was Warum würde äh Warum würde Mr. Hammer denn so etwas tun Oh Ich glaube die Gerüchte müssen dann wahr sein Die Gerüchte Ja Das war äh War Kess und der Produzent hatten äh irgendwas gegen Hämmer in der Hand Verdammt Das ist wenn du dann vorab schon was übersetzen willst was aber nicht nicht richtig ist also die hatten was ne also ne ich ne sie ne sie hatten Dreck gegen ihn gegen ihn am Stecken Er hat faktisch alles gesagt was sie getan hat was sie hat faktisch alles getan was sie gesagt hat irgendwelchen Dreck was für Dreck Dreck du weißt schon schlimme schlimme Sachen ich weiß was Dreck bedeutet vor etwa fünf Jahren haben sie einen Film zusammen gedreht bei dem Mr. äh äh ein Film gedreht bei dem Mr. Hammer die Hauptrolle hatte dabei haben sie das neue Studio Studio 2 benutzt es ist irgendein Unfall während des während des Films passiert seitdem hat niemand mehr von uns Studio 2 betreten sie haben sogar das Filmset genauso belassen wie es damals gewesen ist das Filmset war war der Trailer dann Teil des Filmsets was meinst du damit der letzte Steel Samurai ähm ich weiß dass es schon ein großer Schock ist aber es kann nichts mehr getan werden um es jetzt noch zu retten wer auch immer der wirkliche Mörder von Mr. Hammer war hat auch besiegelt dass der Steel Samurai sterben wird nein nein außerdem habe ich gehört dass Global Studios eine Änderung in ihrem Programm vorhaben sie wollen keine Kindershows mehr produzieren was warum das weiß ich nicht es ist traurig aber das ist das was die Global Studios entschieden haben warum wollen sie denn keine Kindershows mehr machen die 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 großen im Studio also die Chefetage vom Studio möchte den Steel Samurai hier nirgendwo mehr sehen sie wollen vergessen dass all das hier überhaupt passiert ist sie wollen aufhören verstehen sie wie können sie so etwas tun was ist mit all den Kindern die den Steel Samurai geliebt haben das ist okay ich denke die die Kinder werden in Ordnung sein sie werden einen neuen Helden finden dem sie folgen können nein das kann nicht wahr sein wenn das Programm einfach so endet dann werden sie alle gebrochene Herzen haben das ist sicher Nick sag irgendwas ja ich denke jetzt eher an Gründe mehr als Wörter also ne lass ich mal bitte hier hier guck dir doch mal das an Beweise sprechen mehr als tausend Worte und das ist ein Fan hat all diese Fotografien gesammelt ein Kind das ein Samurai liebt die Show sollte nicht beendet werden nur damit irgendwelche Erwachsenen ihr Gesicht retten können ich glaube du würdest das besser verstehen als irgendwer anders du hast recht okay aber was kann ich tun nun für den Anfang kannst du mir etwas erzählen erzähl mir was Global Studios so unglaublich krass versuchen zu verstecken erzähl mir über den Unfall vor fünf Jahren okay kannst du uns jetzt erzählen was vor fünf Jahren passiert ist das habe ich dich gerade eben vor einer Sekunde schon gefragt nun ich kann ihr euch nur erzählen was ich gehört habe scheinbar ist vor fünf Jahren jemand gestorben und das war wohl die schuld von hammer jemand starb ja es war ein Unfall natürlich aber wie auch immer die produzentin miss vakes hat es geschafft das zu vertuschen und das ist der dreck den sie dann gegen hammer hatte das ist der grund warum mr hammer alles das tun würde wonach marquette ihn fragt aber es war doch ein Unfall richtig warum haben sie es nicht einfach publik gemacht nun weißt du mr hammer war schon ein großer star damals sie waren alle ziemlich beängstig was passieren würde mit seiner karriere passieren würde wenn ein wort heraus kommen würde ich verstehe wisst ihr wer vielleicht mehr darüber weiß miss outback sie war damals schon hier in den studios müsst ihr wissen danke wir versuchen es sie zu fragen wenn sie dann reden wird dann reden wir doch mal mit ihr was schleicht die hier immer noch herum wenn sie den rat doch hier so mögen warum übernehmen sie dann nicht für mich der alte windbeutel sieht jetzt nicht so gut aus jeder hier versuchen jeder hier nicht jetzt so blöd zum schreiben nein versuch verdammt noch mal alles um hammer zu vergessen was glauben die denn eigentlich wer global studios zu dem gemacht hat was es heute ist hammer es ist alles wegen hammer nick sie fängt an schaum vor den mund zu bekommen vielleicht sollten wir sicherheitsabstand halten ähm ich würde sie gerne über das fragen was vor fünf Jahren passiert ist sie macht mir Angst wer hat euch das erzählt von wem habt ihr davon gehört ähm ich ähm Nichols 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 Nick Penny Nichols die Assistentin mit der wir geredet haben oh richtig äh 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 wie auch immer wir haben über diesen Vorfall gehört über diesen Unfall gehört es war während eines Filmens mit Jack Hammer er hat einen Mann umgebracht hat er nicht Grünschnabel irgendwelchen irgendwelchen Müll von jem äh aus der Vergangenheit eines Menschen hervorzuholen gerade von jemandem der gerade erst verstorben ist glauben sie etwa dass das Spaß ist nein ich tue nur meinen Job um Mr. Powers zu beschützen und dann behaupten sie auch noch dass Hammer das Kostüm von Powers gestohlen hat glauben sie in etwa gehen sie etwa davon aus dass ich diesen Mist glaube oder haben sie irgendwelchen Beweis haben wir einen Beweis wir haben sicher Beweis 100% ich ich kann beweisen dass Mr. Hammer das Kostüm von Mr. gestohlen hat mit diesem Steak Mr. Powers hat ein T-Bone Steak zum Mittag gegessen richtig Das ist der Teller auf dem er sein Steak gegessen hat Es sind Spuren von Schlafpillen Puder auf der Platte Ich wette Powers hat sie sich selbst eingeflößt Sogar so ein Leichtgewicht wie er muss manchmal schon Schwierigkeiten mit dem Einschlafen haben Aber ich habe leider Beweis dass Mr. Hammer die Pillen da reingetan hat weil wir haben das da Diese Fläschchen hat Schlafpillen beinhaltet Die Fingerabdrücke von Mr. Hammer wurden auf der Flasche gefunden Ich verstecke mich mal ganz schnell Ich verstehe Okay Okay Sie ist auf einmal so ruhig Armer Armer Hammer Du hast etwas Falsches getan Hammer Möge deine Seele in Frieden beruhen Miss Old Back Okay Ihr habt gewonnen Ich rede Ich bin auch davon ausgegangen dass sie jetzt in die Luft geht Aber sehr was von Ich bin müde Seht ihr Ich bin müde alles zurückzuhalten Miss Old Back Ihr habt recht Vor fünf Jahren gab es einen Unfall einen fatalen Unfall Das Schlimme war ein Paparazzi hat ein Foto davon gemacht Und das Foto hat schon ein ganz klein bisschen für Aufruhr gesorgt Aber sie ratet mal wer alles besser gemacht hat war Cass Sie hat Verbindung zu der Mafia Sie hat den Paparazzi ruhig gestellt Das war aber nur der Anfang Danach wurde sie wurde wurde sie fest als Kraft mit Indie Studios hier einberechnet Ich verstehe Aber sie müssen verstehen Ja arme alte Hämmer hat versucht nie jemandem Schaden zuzufügen Miss Outback Wartet für eine Minute Arme Miss Outback Hier nehmt das Ein Foto Und wartet mal eine Sekunde Dieses Bild Das ist der Trailer bei Studio 2 Mr. Hammer sollte einen bösen Menschen oben auf diesen Treppen besiegen Er schubste den anderen Schauspieler Der Mann fiel über auf den auf den auf den auf den Blumenzaun Aber wie haben sie das bekommen? Das war von langer langer Zeit Ich fühle mich jetzt nicht so als wenn ich darüber reden möchte Ich verstehe Das ist schon das ist schon hat der Tabak Denk nochmal zurück Nick an den Tag des Mordes Mr. Hammer hat das T-Samurai Kostüm angezogen Dann ging er von hier aus zu Studio 2 Richtig Aber warum? Ich frage mich ob ihn jemand gerufen hat Wie zum Beispiel der Regisseur oder die Produzentin versuchen nett zu sein ich schaue die wolken an das ist alles was sie scheinbar zu sagen hat entschuldigen sie mich mr hammer ist doch am tag des mordes hingekommen und vielleicht haben sie mich nicht gehört ich schaue die wolken an ich bin nicht daran interessiert mit dir zu reden irgendwas nick erwischt mich gerade ganz 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 hart sie schaut nicht mal wo was wo haben sie das her ich nun hold back holt sie meint die security lady mrs old back nick richtig wie auch immer es war kass sie haben diesen unfall vor der presse geheim gehalten richtig und haben das benutzt um es daheim zu kontrollieren der wind er wird stärker meinen sie nicht der wind ihre unterhaltung interessiert nicht lassen sie uns mehr im trailer reden nick sie ist in den trailer gegangen so schön ne 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 kümmern sich wirklich gut um die geom aber nicht so klar der 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 zaun sieht irgendwie gefährlich aus ja wir wissen jetzt auch warum ich weiß nicht aber irgendwie kriege ich ein verrücktes gefühl irgendwas fehlt sich schon komisch an wenn es nicht ich kann jetzt nicht feststellen warum naja wo sind die phones was ist mit den bones passiert was mich jetzt ja immer noch interessiert wo haben die dieses kostüm versteckt gehen wir mal in den trailer sie sind gekommen nun denn was war das worüber sie reden wollten warum ist die auf einmal so engagiert mit uns zu reden das war kass sie haben diesen unfall benutzt und haben haben ihn dafür ihn dafür verwendet um mr hammer zu erpressen um ihn zu kontrollieren haben sie nicht deswegen hat er diese kinder schaus mit wenig gage gemacht also nun bin ich eine erpresserin aber das ist doch das was sie sind oder nicht ich meine ich meine es war ja nur ein unfall aber sie haben sie dafür genutzt um hammer von seinem rechtmäßigen platz als stelle als stern herunter zu holen ich habe niemanden von irgendwo herunter gestoßen die karriere von mr hammer wurde auf seinem eigenen grund sauer also schlecht aber sie werden der grund sie haben ihn erprest und zu denken dass es nur ein unfall war entschuldigen sie mich was ist das überhaupt überhaupt wir sagen die ganze zeit unfall unfall wie sind sie sich so sicher was meinen sie müsste ich für sie alles buchstabieren denke drüber denken sie drüber nach was wäre es denn wenn es kein unfall gewesen wäre nein nie im leben meinen sie mr hammer hat das beabsichtigt getan das ist das was ich meine wo ist ihr beweis können sie es beweisen denken sie nur würden würde er mich der leben fünf jahre lang bestimmen lassen über einen kleinen unfall ne was ist mit den knochen passiert das wäre jetzt das was ich gedacht hätte jede und er musste hart rennen glauben sie mir aber die security lady hat gesagt es war ein unfall sie war schon immer ein großer fan von hammer müsst ihr verstehen sie ist auf den reporter gesprungen und hat das bild selbst in die studios gebracht sie hat sie immer aus der hand geschlagen und hat ihm ein paar blaue flecken verpasst ach das ist der selbe und warum sie das foto hat sie ist so ein alter namen es ist doch klar dass alles was der reporter braucht die negative waren und er könnte eine kopie davon machen aber hat er nicht die einzige kopie dieses bildes ist die die sie in der hand halten geben sie es mir jetzt was das ist ein beweis jungs wer sind die professionelle professionelle sie sind gut darin verschiedene dinge auszulöschen was denken sie würden sie gerne ausgelöscht werden über was der fall endet morgen die unvorteilhaft so eine schande dass sie das verpassen werden sagen sie mir warum warum wollen sie dieses dieses foto so 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 dringend es ist mr hammers dreck oder nicht warum sollte die wakess sich überhaupt darum scheren ich habe das gefühl dass sie genug zeit haben darüber nachzudenken wo sie jetzt hingehen werden ist dann meine freunde jungs schaltet sie aus nein bleiben sie genau da stehen ich habe alles mitgekriegt junge die wakess sie kommen jetzt sofort mit ins revier mit mir nicht schlecht nun gut das sieht so aus als wenn dieser contest morgen vor gericht geklärt wird ich freue mich sehr darauf hey geht es dir gut denn noch ich muss ich schließe das trail ab ja also also was heißt ich schließe das trail ab wie viel länger brauchst du tamara das wäre jetzt die große frage okay alles klar kann ich machen also ich mache bis 20 30 bis 21 30 und gehe dann in die break so dass du dann um circa 45 anfangen kannst hey geht's dir gut junge tschuldigung ich war vielleicht ein bisschen spät mal mit meinem auftritt ich habe nicht viele möglichkeiten solche sachen zu üben 20 30 also ich mache bis 20 21 30 gott ich mache das 21 30 und du gibst mir dann aber noch mal vorher ein go ja mach mir einfach früh genug beteiligt dann klappt das schon teckte vom schuh danke danke sehr danke sehr danke sehr das war wirklich beängstigend erwähnt es gar nicht gar nicht jung das ist nur ein Teil meines jobs jetzt ist mir doch wieder passiert tut mir leid ich wollte diesen satz nur schon immer sagen seitdem ich ein detektiv geworden bin okay ich muss heute noch einen job erledigen aber ich denke wir werden bald wieder uns begegnen nun nick es sieht zwar so aus als wenn wir dem ende von dem hier ziemlich nah kommen würden und an welches ende kommen wir lieber kes guck mal ich wäre halt so perfekt fertig geworden ich wäre so perfekt fertig geworden das ist richtig kein problem seit resport aktivieren hat einen moment gebraucht bis es mir aufgefallen ist ja aber dann bin ich auf die idee ganz alleine gekommen und dass da was nicht stimmt vielleicht ich glaube aber nicht dass wir das trial in diesem schaffen ich denke mal dass das der wird jetzt noch ein bisschen ausführlicher werden so die der nicht der ich 20. Oktober. 10 Uhr morgens. District Court. Courtroom Nummer 4. Das Gericht befindet sich nun in der Sitzung und behandelt den Fall von Mr. Will Powers. Die Staatsanwaltschaft ist bereit, euer Ehren. Die Verteidigung ist bereit, euer Ehren. Das wird heute der letzte Tag dieses Falls sein. Ich hoffe, beide die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung sind dazu in der Lage, entscheidende Beweise zu bringen. Nun gut, Mr. Edwards. Ihr Eröffnungspläder, bitte. Ja, bitte. In der Sitzung gestern hat uns die Verteidigung eine neue Theorie in diesem Fall präsentiert. Er gab an, dass der Ort des Verbrechens Studio 2 war. Heute werden wir die Leute aufrufen, die sich im Studio 2 Trailer an diesem Tag befunden haben. Von ihrer Aussage her wird die Wahrheit klarer werden. Hm, nun gut. Edwards sieht ein bisschen aus, als wenn er so ein bisschen mal am Rande wäre heute. Mögen Sie bitte Ihren ersten Zeugenladen, Mr. Edwards. Die Staatsanwaltschaft ruft Miss Diva Kess in den Zeugenstand. Miss Diva Kess ist die Produzentin und war präsent in dem Studio 2 Trailer an diesem Tag. Die Zeugin möchte bitte Ihren Namen und Ihren Beruf preisgeben. Entschuldigt. Die, äh, okay. Ja, aber selbst dann, das habe ich vorhin, glaube ich, schon mal gesagt, da warst du, glaube ich, noch nicht da. Das ist so einer der Fälle, wo ich die, ähm, die Wortspiele nicht unbedingt verstehe. Aber ja, die Waisi, mhm. Also die, Waisi, okay. Alles klar, Mara, ich bin dir sehr, sehr, sehr dankbar darüber. Aber wie gesagt, das ist einer der Fälle, da habe ich die Wortspiele, also, ne, da habe ich es in der Version nie verstanden, was das Wortspiel dahinter ist. Deswegen warte ich auf die deutsche Translation für die anderen Teile. Die Waisi, Produzentin der Global Studios. Am Tag des Mordes waren sie im Trailer bei Studio 2. Das weiß hier jeder, ja? Äh, soweit wie hier jeder weiß, ja. Ich mag kein unnötiges Gebrabbel. Wenn sie, äh, äh, etwas hervorheben müssen, dann tun sie das, wenn ich nicht hier bin. Äh, nun, äh, Miss, äh, Waisi, ähm, bitte geben sie dem Gericht doch ihre Aussage zum Tag des Mordes. Nick, ich weiß, dass sie es getan hat, lass sie uns, äh, zum Zahlen bringen. Äh, ja, richtig. Ähm, wenn, äh, wenn sie schuldig ist, ne, kriegen wir sie mit, mit ihren, mit ihren heruntergelassenen Hosen, wie man so sagt. Ja. Mach du mal. Ich habe den Trailer, ähm, ein bisschen, äh, kurz vor Mittag betreten. Das Meeting, äh, begann Punkt um zwölf und endete um, äh, um vier Uhr. Es gab danach eine, äh, äh, eine Probe, also sind wir nach Studio 1 gegangen. Äh, ich war, äh, war müde, also, äh, hat Sal mich getragen. Okay, was siehst du? Oder ist das das Wortspiel? Das hätte ich dann auch verstanden. Ich bin, ich bin jetzt ganz gespannt, was Mara uns jetzt, das Wortspiel. Ja, dann bitte, klär uns auf. Ich meine, die Namen sind alle Wortspiele. Ich sag nur Miles Edgeworth. Äh, äh, um, ähm, halb, äh, drei macht mir eine 15-minütige, äh, 15, 15-minütige Pause von dem, von dem Treffen. Was steht da? Guck mal. Äh, warte, ich kann es dir nicht zeigen, aber guck mal auf das, auf das blaue Feld. Ja, also, die und der Nachname zusammen ergibt ein Wortspiel. Das ist wie bei Detective Gamshoe, auch wenn ich ihn mal Gamshoe nenne. Ne, und eigentlich sind alle, so wie zum Beispiel April May. Ja. Genau, es geht um den Namen. Alle Namen in diesem Spiel sind Wortspiele. Diva-Kid. Diva-esque. Wäre das ein Wort? Gush. Meinst du? Also, die war, wäre ich auch schon bekommen, weil das klingt schon so. Aber den zweiten Teil. I'm not sure. Die was clue, ja. Ja. Die was, was clue. Die was, clue. Wie spricht man clue richtig aus? Clue. Clue. Man sagt clue. Die was clue. Also was clue als Nachname. Ah, der ist gut. Ah, verdammt, jetzt habe ich vergessen vorzulesen. Moment. Das vor, we found. We found. Ähm, Sal und ich haben T-Bone Steaks auf dem Tisch vor dem Trailer gegessen. Wir haben Hammers Körper später gefunden, als wir in das Studio 1 gegangen sind. Was Hades sagt. Was denn jetzt? Entscheidet euch. Die war Eske, würde natürlich auch passen. Wie, was? War Kes. Ja, würde, würde auch gehen. Also das, was Hades sagt. Das wäre nicht ganz so abwegig, weil ich sehe nicht, wo da, wo da die L-Betonung rauskommt. Ich sag nur nochmal April, May. Also April hat vielleicht. April, May. Und das gibt das, was, was, was Hades sagt, mehr Sinn. Vielleicht findet das auch irgendeiner im Internet. Ich wäre sehr concerned. Ähm, das ist alles. Ich habe eine Frage über einen Teil ihrer Aussage. Ich war müde, also hat Sal mich getragen. Der Van, äh, der Van. Hm? Da ist ein Van bei Studio 2. Er hat mich da reingetragen. Ähm, ich dachte, es wäre vielleicht etwas zu riskant zu laufen, ähm, wenn der, ähm, Affenkopf, äh, Kopf da rumliegen würde. Ich hätte jetzt fast gesagt, das wäre eigentlich so ein Pfeife, den man mal Tom fragen müsste, oder? Ich, ich verstehe. Nun gut, Mr. Wright. Ihr Kreuzverhör, bitte. Das ist der letzte Kampf, äh, Kampfnick. Lass es uns tun. Was denn? Wieder kleine Kinder flachlegen. Ich mach ja nur. Ich hab ne Idee. Jetzt mal ganz ehrlich. Wenn die wirklich T-Bone Steak gegessen haben, wo ist dann das verdammte T-Bone von der Steakplatte? Wie ich es mir gedacht habe. Sie, ähm, geben an, dass sie T-Bone Steak gegessen haben. Aber ich sage, das haben sie nicht. Äh, was ist denn nun, Mr. Wright? Sehen Sie sich das an. Äh, es ist ein Teller. Ja, das war der Teller, ähm, auf dem Tisch in der Mitarbeiter, im Mitarbeiterbereich. Was Sie auch sehen können, ist ein großer Knochen, der zurückgeblieben ist. Mr. Wright. Ich muss sie doch nicht dran erinnern, dass es ein T-Bone Steak war. Das ist genau mein, äh, äh, mein Aus-, äh, 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 mein Punkt. Erinnere dich, wenn du möchtest, Miss... Vakel, Vakel, ist doch auch egal. Miss Vakel und Mr. Manela haben draußen auf einem, draußen an dem Trailer, an ihrem Tisch gesessen. Trotzdem waren keine Knochen auf der Platte zurückgeblieben. Die Platten waren leer. Nja. Ja. Erzählen Sie mir, wie eine, eine Person ein T-Bone Steak essen kann. Kannst du auch die Was-Käse, ja, ja. Die Was-Käse. Das würde schon fast zu dem passen, wie ich es ausspreche, oder? Jetzt Was-Käse. Das passt auch ganz gut. Die Was-Käse finde ich sogar gar nicht mal so schlecht. Was-Käse. Käse. Äh, äh, gut. Sagen Sie mir, wie kann eine Person ein T-Bone Steak essen und nicht einen Knochen zurücklassen? Ich denke... Sie wissen wie? Sie haben, äh, den Knochen auch gegessen. Ich habe nicht mehr als ein T-Bone Steak. Ah, verlinkst du... Kannst du verlinken, Möb? Ich bin mir gerade unsicher. Schickst du's mir, äh, schickst du's mir, äh, über, über einschlägige Wege? Sie hatten das Steak nicht während der, äh, während der Pause gegessen. Sie haben das Steak genommen und es irgendwo hingeschrieben, wie zum Beispiel in den Inkarnator, der da stand. Na, okay. Also sowohl das, was Mara sagt, als auch das, was Hite sagt. Ah. Er müsste theoretisch... Danke, Möb. Öffne URL. Ah, das kannst du doch nach dem Schwimmton, Momo. Ja, ich weiß. Könnte. Himegami. Ah, im, äh, im japanischen ist ihr, ist ihr Nachname Himegami, was, ne, Prinzessin in Gottheit heißt. Hm, jetzt würde mich das Ganze nur nochmal interessieren, was, ähm, hier bei, bei dem, dem anderen Typen. Ähm, er hat doch hier dieser Manela, was da, also, was da der Pun ist. Wenn mir das noch einer raussuchen könnte. Obwohl, warte, ich kann selbst gucken. Wenn sie denn alle verlinkt haben. Great Edo Warrior, Tono Saman. Dümtadümtadümtadümtada. Ah, selbst gefunden. Ich, ich verstehe. Dann, was hat denn Miss Rakesse während ihrer Pause getan? Meeting the Steel Samurai. She was meeting with the Steel Samurai. Oh mein Gott. Der japanische Name von Salmanela ist halt einfach Usai-Takuya. Und bedeutet übersetzt so viel wie, also, Usai ist annoying, also, ne, nervend. Und Takuya, äh, kommt von dem Wort, äh, Otaku. Also heißt sein Name im Prinzip nervender Otaku. Finde ich gut. Oh, der hat gebraucht. Oh. Salmonella. Oh. Salmonellen. Oh. Auf die Idee musst du erst mal kommen. Hi, Savichi. Wunder dich nicht, Tamara kommt heute noch einen Moment später. Weil, äh, Tamara geht zum Kreislauf gerade nicht so gut. Die will eben noch eine Kleinigkeit essen, bevor sie übernimmt. Ja, und wir wollen ja auch, dass die Tamara den Stream überlebt. Ruhe. Sagen sie etwa gerade? Ja, euer Ehren. Sagen wir. Glaube ich. Als Miss, äh, Verkäst, ähm, den, äh, als Miss Verkäst den, ähm, den Trailer verlassen hat, um ihr Steak zu essen, ist sie in den Stealsamerei gerannt. Und dann haben sie was getan? Sie haben ihn mit ihren eigenen Händen umgebracht. Und den kenne ich noch. Das ist schön. Mr. Wright. Für sich, TV. Ich, ich weiß, ich trage heute leider keine Plüschperücke. I'm sorry. Das ist schon ein bisschen unmasked, oder? Was versuchen sie denn jetzt hier schon, äh, schon wieder für einen Stunt, äh, herzuzaubern? Ähm, Mr. Wright? Lass ihn doch erzählen, was er will. Sie sagen, ich habe es getan? Ja. Faszinierend. Und ich hatte schon Angst, dass heute genauso langweilig wird, wie der Rest. Nun gut. Lassen wir uns ein, ein Kampf, ein Kampf der Anhaltspunkte machen. Du und ich. Sie und ich. Oh, oh, wieso musst du so lange wach bleiben? Ah, Verstand. Witz ist Verstand. I'm sorry. Und Tag, Vakiss. Viel Glück, Nick. Lassen Sie uns sehen. Was war die Mordwaffe nochmal? Oh ja, der Samurai-Sperr. Ja. Ich bin, wie Sie sehen, eine Frau von kleiner Statur. Wie? Glauben Sie, war es möglich, einen so schweren Speer als Waffe zu benutzen? Sie konnten nicht. Glaub ich. Ich glaube nicht, dass sie es konnte. Ich glaube, es wäre schon eine sehr große... Ach, die Pucke. Oh mein Gott, ich habe frei, aber wenn ich das gucke, ich muss morgen früh, früh aufstehen. Kann ich das bringen? Ich meine, ich kann mich ja gleich noch ein bisschen hinlegen, so bis drei. Aber ich muss vorher noch was essen. Kacke, warum muss es mitten in den Nacht um drei sein? Ich kann mir schon vorstellen, dass es schon sehr schwer ist, das als Waffe zu benutzen. Jeder würde das wahrscheinlich denken. Aha. Sehen Sie? Ja. Wie auch immer. Das hat doch gar... Das hat doch überhaupt gar nichts mit dem Fall zu tun. Meinen? Der Samurai-Sperr war überhaupt gar nicht die Mordwaffe. Was? Was ist denn jetzt schon wieder... Was ist denn jetzt schon wieder los? Der Speer wurde doch neben dem Körper des Opfers gefunden. Ich habe Beweis. Ich habe einen Beweis, euer Ehren. Ich kann beweisen, dass der Samurai-Sperr nicht die Mordwaffe war. Muss ich jetzt das Bild zeigen? Nehmt das, Bösewichte. Falsch. Aber ich habe doch noch gar nichts gesagt. Ah. Ah, okay. Okay. Hier ist der wirkliche Beweis. Ja. Es ergibt Sinn. Der Speer kann nicht die Waffe sein, weil der Speer gefixt worden ist. Ich präsentiere meinen Beweis. Die sogenannte Mordwaffe. Aber das ist die Mordwaffe. Nicht so schnell. Ich war schon einen Schritt weiter. Könnt ihr euch dran... Wir erinnern uns bitte daran, dass der Speer morgens während der Probe gebrochen ist. Also hat jemand diesen Speer repariert. Das war die Security Lady. Sie hat es mit Panzertape gemacht. Oh mein Gott. Nun erzählen sie mir, wie ist das möglich? Wie kann jemand einen Mann erstechen, der so ein dickes Kostüm wie dieses trägt durch die Brust? Ruhe, Ruhe. Mr. Wright? Wo versuchen sie gerade hinzukommen? Denken sie... Denken sie darüber nach, was sie sagen. Ruhe. Ich bin diejenige, die hier befragt wird und ich möchte gehört werden. Sind sie eigentlich noch ganz bei Verstand? Sind sie sich überhaupt bewusst, was sie da gerade sagen? Wenn der Samurai-Speer nicht die Mordwaffe war, dann sagen sie mir doch bitte, was es war. Wie wurde Hammer getötet? Nun, Mr. Wright, können sie uns sagen, was die Waffe war, mit der Mr. Hammer getötet worden ist? Kann ich, kann ich, kann ich. Ach, würde ich nicht... Also, ich würde ja schließlich nicht behaupten, wenn ich es nicht sagen könnte, was die eigentliche Mordwaffe gewesen ist, oder? Naja, es tut mir leid, Ihnen das mitteilen zu müssen, Mr. Wright, aber Ihre... Äh, ne... Das ist der Moment, so nach drei Stunden, wo meine Confidence, mein Vertrauen oder meine Zuversicht vollkommen aufhört. Ähm, es tut mir so ein bisschen leid, aber, ähm, Ihre Zuversicht kann manchmal so ein ganz klein bisschen unbegründet sein, Mr. Wright. Aber nun gut, lassen Sie uns sehen, was denn dann die Mordwaffe ist. das war das, was ich nämlich jetzt erst im, ähm, also in Gedanken hatte. Schauen Sie sich dieses Foto an. Was ist das? Ähm, warum steht Jack Hammer auf, äh, oben auf diesen, auf diesen, äh, Treppen... ...stufen. Treppenstufen. Wie auch immer. Ruhe, Ruhe. Wenn ich hier keine Ruhe haben kann, wird, äh, der Fall, äh, hier sofort beendet. Mr. Wright. Was? Worum geht's hier eigentlich gerade? Das ist ein Foto, das vor fünf Jahren gemacht worden ist. Es gab einen unglücklichen Unfall bei den Global Studios. Das ist ein Foto von genau diesem Unfall. Nicht ein Wort wurde nach draußen. Die 3DS-Version ist schon cool. Ich muss dazu sagen, dass ich beim 3DS mittlerweile alle Versionen habe. Also, ne, alle Ace Attorney-Teile, die mittlerweile fünf, die es gibt, plus den, äh, Teil mit Navihisa. Apollo. Und die Serie ist halt einfach so cool. Ich habe einfach die Hoffnung, dass, ähm, Capcom auf die Idee kommt, einfach jetzt alles so langsam nach und nach hier rauszubringen. Wie zum Beispiel auch so gewisse andere Teile, die es noch nicht hier hingeschafft haben. Capcom, wir würden uns sehr freuen. Ich habe viel Spaß mit diesem Spiel. Ähm, es wurde kein Wort davon nach draußen getragen. Es war ein, äh, 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 ein, ne, ruhig gehaltenes Geheimnis in den Studios. Was hat das denn nun mit dem aktuellen Fall zu tun? Mr. Edgeworth. Können Sie es denn immer noch nicht sehen? Der gefallene Mann auf dem Foto. Sehen Sie, wie der, 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 der Fans, ähm, äh, der, 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 der Stab, also, ne, ich guck einfach nach. Mein Englisch reicht heute nicht mehr. Der Zaunpfal, der Zaunpfal, die, wie der Zaunpfal, äh, durch seine, durch seine Brust sticht. Äh, äh, was? Sagen Sie etwa? Ja, sage ich, Edgeworth. Das, was vor fünf Jahren passiert ist, hat ist wieder passiert. Mr. Wright, fahren Sie fort. Es ist, äh, halb drei am Tag des Mordes. Und Miss, äh, Leverkess, ähm, trifft Jack Hammer außerhalb von, äh, vom Studio 2 Trailer. Und dann hat sie es getan. Äh, sie hat Mr. Hammer von der, von der, von den Stufen runter geschubst auf den Zaun. So, wie Mr. Hammer selbst vor fünf Jahren getan hat. Ob sie es nun absichtlich oder aus Versehen getan hat, das mag ich nicht so sagen. In anderen Worten, das Opfer Mr. Hammer hat, ist auf dieselbe Art gestorben, wie er jemanden anderen, wie er einen anderen Mann hat sterben lassen. Vor fünf Jahren? sehr gut erkannt. Ironisch. Ist es, ist es nicht ironisch? Sehr kreativ, Mr. Wright. Ich könnte einen Mann wie Sie in meinem Skript, äh, Schreiber-Team gebrauchen. Sie, ähm, behaupten also, dass das, was ich, äh, sie, ne, geben an, dass das, was ich sage, nicht wahr ist. Nicht die Wahrheit ist. Mr. Wright. Sagen wir, äh, lassen Sie uns sagen, für den Fall, dass das Argument, dass Hammer beim Trailer starb, stimmt, wie Sie sagen. Der Studio, äh, der, der Körper wurde doch bei Studio 1 gefunden, wurde er nicht? Im Kostüm des bösen Magistraten. und in keinem anderen. Erzählen Sie mir ja gerade etwa, dass ich den Körper von, äh, nach Studio 1 getragen habe und dann in den Trailer zurückgekehrt bin in der, in den Zeitraum von einer 15-Minuten, nötigen Pause? Wie hätte ich denn den, äh, den Körper dorthin bringen sollen? Die, ähm, Pause des Meetings betrag 15-Minuten von, ähm, 2.30 bis 2.45 Uhr. Jack Hammer könnte in der Zeit von den Stufen in seinen Tod gestoßen worden sein und dann in, in, nach Studio 1 reingetragen worden sein und in sein Kostüm gesteckt worden sein. Da war definitiv nicht genug Zeit. Hm. Das ist wohl wahr. Mr. Wright, wie könnte sie, wie könnte sie mit diesem, äh, wie könnte sie damit umgegangen sein? Relativ klar. Äh? Weil sie war ja so müde. Was, wenn sie einen, ähm, einen anderen Weg hatte, den Körper zu tragen, einen anderen als ihre eigenen Hände. Wie zum Beispiel, nun, aber wenn ich das so bedenke, dann war, gab es für sie überhaupt gar keinen Grund, das in 15 Minuten zu tun. Und es gab einen Weg, den Körper zu bewegen. Äh, interessant. Lassen Sie es mich dann hören, Mr. Wright. bitte zeigen Sie uns, wie sie den Körper bewegt hat. Guckt mal, guckt mal, na, 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 na. Nimm das. Miss Vakes. Sie haben den Körper nach Studio 1 getragen. Und sie haben den Studio-Wenn dafür benutzt. Oh. Oh mein Gott. Wie kann sie nur, wie kann der nur auf die Idee gekommen sein? Ich erinnere Sie bitte nochmal an Ihre Aussage. Danach fand eine Probe statt und so gingen wir nach Studio 1. Ich war so müde, dass, äh, Cell mich dorthin bringen musste. Oder, ne? Es war ein, äh, genau da ein Van und Cell hat mich dorthin gefahren. Sie haben den Van benutzt, um den Körper nach Studio 1 zu tragen. Und dann, bevor überhaupt irgendjemand da sein konnte, haben sie den, äh, Körper in das, äh, äh, Kostüm des Magistraten geschmissen. Ah. Äh, halten, warten Sie mal ganz kurz, right. Vergessen Sie bitte nicht, dass es Herr Manela war, der den Van gefahren hat. Möchten Sie einfach hier gerade behaupten, dass Herr Manela, ähm, ein, ein, ein Mittäter war? Natürlich war er das. Natürlich. Simonela, ähm, muss ein Mittäter sein. Der Körper muss ja, ähm, in den Van platziert werden und in das Kostüm gesteckt werden. Das gibt überhaupt gar keine, ne, gar keine Möglichkeit, dass Mr. Kessel, ähm, das alleine getan hat. Und, äh, vergessen Sie bitte nicht, dass Sie ja auch das Team Samurai-Kostüm, äh, wegschaffen mussten. Sie mussten, denn es war, ähm, in, äh, äh, in Mr. Hammers Blut getränkt, äh, mit Mr. Hammers Blut getränkt. Wir haben es wahrscheinlich in dem, in dem kleinen Ofen verbrannt. Nun, müssen wir, Cass, soll ich weitermachen? Hm, kein Grund. Sie sind, wir sind schlauer, als Sie, Sie, Sie sind schlauer, als Sie aussehen, Mr. Wright. Hm. Ich verliere. Sie gewinnen. Es war Spaß. Ich gewinne. Ähm, so, äh, was passiert jetzt als nächstes? Don't me. Also, ne, sehen Sie mich nicht so fragend an. Haben Sie denn gar nichts zu sagen? Was würden, äh, was würden Sie mich gerne denn, mich gerne sagen lassen? Ähm, ich habe verloren. Irgendwas wie, irgendwas wie das. Das habe ich doch gerade gesagt. Warte, Sie meinen also? Wie war Gels? Es war also, Sie waren es also. Sie haben Jack Hammer umgebracht. Das Schweigen gerade. Wer kann das schon sagen? Na? Sind Sie sicher, dass ich das gesagt, äh, getan habe, Mr. Wright? Wir haben nur ein, äh, wir haben nur einen, äh, Kampf der Beweismittel ausgemacht. Woher kommen die ganzen Punkte? Aus meinem Spiel, Tamara. Aus meinem Spiel. Sie kommen aus meinem Spiel. Und was ist der, äh, äh, das Ergebnis dieses Kampfes? Sie haben bewiesen, dass es möglich ist, dass ich, Herr Mark, äh, ermordet habe. Wie geht es dir? Äh, richtig. Aber, das ist nur eine Möglichkeit. Beweis ist, äh, eine vollkommen andere Sache. Sie haben, keinen stichfesten Beweis, Mr. Wright. Äh, w-wa-wa-wa-wa- Was? Ruhe. Mr. Edwards, Ihre Gedanken. Ähm, ähm, of course, ähm, es ist so genau so, wie die, wie die Zeugin sagt. Es ist, ähm, eigentlich, äh, äh, also es ist eigentlich schon klar, dass sie das so sagt, denn es gibt überhaupt gar keinen Beweis. Ach, Edward, äh, ist sich nicht, ist sich nicht sicher. Nun, ich kam hier als Zeugin hierher. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, würde ich gerne gehen. Äh, was tue ich denn jetzt? Ähm, was tun wir denn jetzt? Ähm, ähm, Ich würde gerne, dass Sie noch einmal aussagen. Äh, nochmal aussagen. Sie sollten wissen, wann Sie aufgeben sollten, Mr. Wright. Denken Sie, ich denke darüber nach. Selbst wenn ich nochmal aussage, was ist der, der Grund dahinter? Ich kann nur das sagen, was ich vorher schon gesagt habe. Richtig, Mr. Wright? Ja, die Wahrheit, Mr. Wright. Ich habe schon alles gesagt, was es zu sagen gibt. Was würde passieren, wenn ich es nochmal sage? Ne. Sie fragen dieselben Fragen, bekommen dieselben Antworten. Was für ein, ne, was für eine Zeitverschwendung. Verdammt, verdammt. Ich bin nicht so weit gekommen, um nun zu versagen. Aber, wir speichern jetzt und kommen das nächste Mal, da ist mein Fenster, da ist mein Fenster, und kommen das nächste Mal in den Genuss, Miss Vakess, das Handwerk zu legen und zu sehen, wie sich die Reise von unserem, mitten in der, mitten in der Verhandlung, ja, ne, denn ob Miss Vakess schuldig ist oder nicht, das erfahren wir in der kommenden Woche, selbstwahrscheinlich, also, definitiv. Spannung, beziehungsweise Cliffhanger. Ähm, jetzt gebe ich dementsprechend, also mit einer ganz klitze, 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 ähm, kleinen Pause ab an die liebe Tamara. Äh, die hat mir, hat für euch Tales of Vesperia. Ich hör dich zwar nicht mehr, aber ich bin bereit. Okay. Die hat nämlich für euch Tales of Vesperia. Ein unglaublich cooles Spiel und, ähm, wir sehen uns gleich auf jeden Fall im Chat. Ich werde jetzt noch eine Kleinigkeit, äh, schnabulieren. Dementsprechend, ähm, meine Lieben, oh, die Livecam ist ausgegangen. Moment, ein Moment. Äh, wir sehen uns am Donnerstag wieder zu Persona 5. Das hatten wir zwar die Woche schon, aber das kann man immer mal wieder, ne, ach, holen wir immer wieder raus. Persona 5 ist ein gutes Spiel, das kann man mal machen. Ich gebe euch jetzt Kreuzi. Wir sehen uns. Ich weiß, man sieht mich noch mit. Das ist Sinn der Sache. Äh, ich spiele nicht einen einzigen ESC-Song. Ich habe heute ich habe vorhin ESC-Songs gespielt, so, Chan. Ist egal. Bye, bye. ESC-Song. Untertitelung des ZDF, 2020